flachwitze genannt sondern anders weil die bürgit hat ja dann auch noch irgendwelche interessen ich weiß gar nicht wo ob die jetzt automatisch kommt ich habe sie eingeladen aber vielleicht wird sie einfach so zuhören auf youtube wollte einschneiden sie hat ja das probleme macht ja imac macht problem aber sie hat ja noch ein imac damit kann sie eigentlich ipad das hört sich immer so weich an den kissen also da habe ich gedacht das kaufe ich lieber nicht so teuer für so ein kissen das ist so schmal und so weiß und zwar hat ja genau ich habe mir auch irgendwie hatte mir was überlegt das hat aber nicht geklappt also tatsächlich aber 22 sprüche am anfang schon mal so gedacht so war ja also wir jetzt also ein locken doktor da haben ja so nicht dass mir die glocke wehtut aber die ich nicht das muss ich mal mit der stimmgabel dran klopfen ich will mal durch so eine so bei so einer ausstellung ist einer gegen so ein sockel stoßen und dann ist natürlich die plastik vom sockel gefallen sock ist gleich mit umgefallen da ich mir gedacht also ich habe ja schon öfter so so hängende ausstellung gemacht wird wo die sachen hing da ich gedacht siehste was hängt es schwer umzuwerfen und da ich gedacht da sind wir ja dann auf einmal ganz weit oben nah am himmel so vor allem wenn dann wenn man im freien ist ist das mit dem oben anbinden schwierig und da fiel mir zwei sachen ein einmal das lukurische panel wo der echo schreibt also dass eigentlich man gar nicht weiß wo es hin und ein aufgehängt ist weil es eigentlich irgendwo im firmanen firmanent aufhängt und dadurch fähig ist sozusagen auf der erde deren bahnen also die erde ist aufgehangen an nichts ja wo steht das im mose die erde ist aufgehängt an nichts die erde ist ja eine scheibe und wenn sie eine scheibe ist dann läuft sie garantiert auf einem technikplattenspiel genau so laut bibel ist ja eine kugel hat ja ja und ist aufgehangen an nichts ja ja dann das ist dann mal die kosmologien hat die bibel durch mehrere sind und dann als ich mir so vorstellte also so nach dem motto höher hinauf geht es nun wirklich nicht da habe ich dann gedacht wie viel bodenkontakt braucht ein glöckner ja weil er muss ja sozusagen mit seinem seil ganz hoch reichen ganz ganz hoch reichen noch er geht mit nach oben sagen wir so aber nur wenn er bremst also diese bilder wo man nach oben gezogen wird das ist ja wirklich nur bei schweren glocken also bei kleinen glöckchen passiert das natürlich nicht aber wenn man natürlich mal so drei tonnen einmal hat und man will den dann zum bremsen bringen im vollen schwung dann geht man dann mal mit nach oben naja genau und das ist dann natürlich besser man geht mir nach oben als dass es einem die hand abweist kommt immer darauf an wie früher diese stuben gearbeitet waren wo die seile rein reichen also in der regel kamen die irgend so durch eine decke und da kam es dann immer darauf an ob dieser raum höher oder tiefer war wenn er dann ein bisschen nieder war dann hast du also hier im kloster lüne gibt es eine glocke die wird regelmäßig geläutet und die wird entweder von den den stifts damen oder von dem hausmeister oder von jemand freiwilligen geläutet der dann das ist aber dann gar nicht einfach weil man will ja nicht dass die am anfang irgendwie so ein gebimmel macht man will ja dass sozusagen der erste schlag kommt und sitzt und so dann ab dann noch nicht irgendwie so dir und dann irgendwann fängt sich die leute denken ach das ist wieder der kann es noch nicht so und das da war ich also war ich zwei dreimal dabei nicht das war zu einer zeit der mensch ist ja der autodidakt also kannst nehmen wenn du willst den muss auch nicht instruiert sein und das ist immer interessant dass zu beobachten rückst dem leute saal in die hand und sagst jetzt mach mal beobachtest dann mal wie schnell er das in den griff bekommt dass das regelmäßig schlägt und das passiert relativ automatisch also dass der vorteil von mensch gegenüber einer steuerung der steuerung die interessiert dass die zieht einfach hin und her ja dass wenn man drin ist ist es ja dann nicht so schwierig aber dann den anfang so zu machen dass es also jemals wurde das da so erzählt kommt doch jemand der das täglich oder einmal in der woche machte denen ist das kein problem es gibt ja immer noch also in süd tirol gibt es immer noch leute gilden keine keine motoren im turm haben das zwar nicht mehr so häufig aber die haben dann ganz abenteuerliche dinge weil die ja zum beispiel die kultur des klöppelfangens betreiben also dass die dass der klöppel eigentlich dann erst wenn die glocke im freien schwung ist freigegeben wird das kann man technisch lösen aber das passiert dann bei so leute gilden mit einer art lasso also die arbeiten dann wirklich mit dem seil was man zusätzlich fest ist wo die den klöppel fangen und wo die glocke dann aber auch so hoch geschwungen wird dass sie senkrecht nach oben angehalten wird also dass sie in der luft steht das war nicht so ungefährlich da muss dann diese kick punkte die musste kennen weil sonst gehst du fertig mit die glocken immer alle schwerer als die leute die da dran stehen weißt du und da haben muss geflogen ist dann schon noch spannend dass diese leute funktioniert es dann nicht das gibt es noch also insofern also ohne können wäre man dann doch relativ nah am himmel nicht sofort muss man gar nicht mehr groß weg fahren kann man in der regel weg da bleiben ja ja und dann man ist dann draußen so verwöhnt oder genervt je nachdem heute dass daneben so ein wunderschöner klang über übers land schwebt nicht ist ist das schön also das sind alles verschiedene klang also die art zu leuten variiert ja grundsätzlich die kultur sieht in tirol anders aus als in italien oder in der schweiz oder halt in deutschland oder in england zum beispiel die engländer haben wieder was ganz anderes die liegende acht seiten an sich das gilt für die ich sag mal akustisch die klangkultur ist was die länder angeht sehr unterschiedlich wie man glocken braucht wie man ja also das ist auch noch kulturelle unterschied ja aber du hattest gesagt dass da jetzt was gesagt wie die engländer das brauchen also die engländer haben das sogenannte change ringing und das change ringing ist dann auch so eine also händische angelegenheit dass die leuten eigentlich größtenteils händisch und das heißt aber sie haben leute gilden wird das sogenannte change ringing und das hast du mit sicherheit schon mal in einem englischen weihnachtsfilm garantiert schon mal gehört das gibt so melodien wieder gespielt werden mit diesem schwingen ding 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 ist noch viel schneller als ein glockenspiel also es ist ein glockenspiel ist nicht so schnell wie dieses change ringing nachher durch dieses hin und her ziehen von den glocken werden jeweils oben arretiert händisch mit dem seil und das gibt aber melodien und nicht in mich im geläute im sinne von doppler effekt wo man leuten normalerweise hört dieses hin und weg kommen vom klang ja beim leuten durch diesen doppler effekt und das hast du bei den change ringing so nicht da spielst du einfach melodien und das ist aber dann mit mehreren glocken mit mehreren menschen teilweise acht neun leute die dann dann den seilen ziehen je nachdem wie viele glocken sagen ja das muss ja mal auch geübt werden genau sie haben wir ihre ihre haben die ihre gillen also hier in lüneburg gibt es ja eine mechanisches glockenspiel im rathaus das immer übt immer treu und redlichkeit spielt aus porzellan glocken und aus meißen aus meißen wahrscheinlich meistens meistens meißener porzellan gibt lüneburg eines es gibt in weimar eines und es sind deutschlandweit glaube ich gibt es nur eine einzige firma wo die überhaupt warten kann was ja sehr speziell mit diesen kleinen hämmerschen die da drin sind die sind dann auch noch gepolstert das ist ja ganz feiner feines zeug also wenn du total grob dran gehst hast direkt verbogen auf jeden fall wartet man hier dann immer schon mal drauf dass man das mal wieder hört weil es eben nicht so häufig ist genau das also schon so auch sehr spannend ist weiß nicht was du schon mal im paulus dom münster in münster ja in münster studiert da war ich bestimmt mal drin du hast ja den dom eigentlich ist ja in der nähe vom rathaus das ja man musste vom ein institut zum anderen immer dran lang also zu den philosophen runter und so ja und die haben ja diese astronomische uhr im dom die ist im dom drin ja die hat auch so ein figuren spiel an der seite ist eine uhr irgendwo aus dem 15 jahrhundert und die hat aber ein komplett mechanisches innenleben also diese ganzen abläufe von dieser astronomischen uhr die ist in der mechanischen uhr verpackt und der bekannte also das ist die firma die diese porzellan glockenspiele wartet er hat vor ein paar jahren diese uhr renovieren dürfen und hat mir den aufnahmen zur verfügung bestellt und dieser astronomischen uhr und das ist schon sehr spannend bevor ich nach lünenburg hatte ich also diese dass es welche aus porzellan gibt überhaupt nicht gewusst nicht also war ich ganz man sieht sie oben natürlich auch in weiß ja und glaube ich hallo bergit genau hallo hallo tut sein sein gerät wieder also gut aber du hast ja immer noch plätzchen ach ja plätzchen hier ich habe natürlich dem aufruf folgen das sind übrigens die die auch hinter mir im bilder sind das sind ja gut die sind gekauft und wir haben ich habe natürlich auch noch andere die sind selbst gebacken da gibt es jetzt auch so eine inflation von plätzchen und du kriegst von jedem deppen christel plätzchen geschenkt ja ja ob das an der sesamstraße da los werden was dann an weihnachten rumgebastelt haben ja ja ich würde mal sagen die sind sesamstraßen influenziert nicht die die immer cookies nicht an cookies und dann haben sie überlegt das heißt das auf deutsch und dann kekse 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 und dann kann kamen die feineren auf die idee das dann mit den plätzchen zu verbinden und jetzt nimmst du hier bitte ein plätzchen und ich habe hier schon platz klaus sagt hallo bürget hallo genau im chat auf youtube ich kann das jetzt auch mal noch mal sagen hallo wer geht und da habe ich noch eine leser frage für heute hallo michael hallo andreas hallo herr ich weiß gar nicht genau wie mit vornamen der glockendoktor heißt er heißt christian oh hallo christian wir harmonieren ja auch in der farbe du in so ein bisschen changiertem rosa ich ihn leichtem hinter strahlendem grün konnte aktivieren weil der der hans nöt der christian strickler ist ja heute verhindert und da wollte jetzt der christian glockengieser da einspringen für den das ist ja das finde ich ja gegen gigant humanisch toll ja wie gut auch die narrative situationen anpassen herrlich genau ja wir waren jetzt schon richtig sozusagen bei den glocken und ich muss unbedingt mindestens den titel vorlesen von dem text den ich in röderhof kunstverein 1990 zu hören bekommen habe dann habe ich irgendwie auch ein exemplar gekriegt obwohl das eigentlich glaube ich für den druck vorgesehen war auf jeden fall war es gar nicht oder wie auch immer auf jeden fall fiel mir das natürlich ein und also jedenfalls der titel heißt der storch unter dem himmel weiß seine zeit war woher wissen die astronomen wie die sterne heißen so und unter dem unter dem titel unter dieser überschrift kam dann ein wunderschöner aufsatz eben inwiefern also unser heutiger begriff stunde über die jahrhunderte seit dem mittelalter changiert hat nicht also das ist eben damals eine andere bedeutung sinnlichkeit was auch immer ich erinnere mich nicht mehr so gut daran das ist eben auch so aber dann wollte ich es herauskramen und habe gedacht das wäre eine schöne schöne beitrag eine schöne einleitung und da ist eben genau das mit der zeit und der stunde und dem vergessen zusammengekommen nicht als es ich habe es nicht wieder gefunden bei mir und dann habe ich den autor angerufen nicht an angemeldet und er hat gesucht dann sagt er er wird erst mal so nicht finden vielleicht irgendwie der nächsten zeit dann den doch noch irgendwo die schrift und könnt ja mal beim verlag nachfragen die hätten es sicher aber nein also auch der verlag hatte dann ein laufwerk was es nicht mehr tat einerseits und andererseits kein papierinnen das exemplar das war wohl also ein sammler von verschiedenen autoren auf jeden fall auch nicht mehr ja und da habe ich dann gesagt schnell geht es nicht aber vielleicht irgendwie ich werde werde den torsten mal fragen ob er vielleicht doch noch ein bisschen sucht dass es ja ja mal überkommt da mir noch eine meldung von claus gefragt was heißt glockeninflation glockeninflation ja die haben die wir jetzt haben ist eigentlich so inflation es geht immer um inflation und wir müssen uns dann war das dann alles nicht vorher absprechen müssten uns dann während dem talk überlegen was das überhaupt sinn macht warum wir uns da mit der inflation also zunächst mal ist glockenguss inflationär schon von der art und weise arbeit weil allein die herstellung eigentlich kaum entlohnt wird in deutschland oder zumindest nicht in dem maße dass dieser berufsstand auf lange sicht überlegen kann das hat verschiedene gründe zum einen liegt es aber gibt es sicherlich daran dass immer weniger leute auch an die kirche gehen das macht er nicht nur in deutschland von der grenze halt das ist dann auch sagt man da in der schweiz spüren wir das jetzt noch nicht so stark aber es ist auch tendenziell vorhanden dass die überlegungen wie die gebäude anders genutzt werden können oder müssen bereits im gange ist aber faktisch ist dass man in der schweiz sagt mir die glockentürme die bleiben stehen egal was passiert leuten auch weiter ja das ist auch touristisch relevant ich meine die können auch die kirchen nicht abheißen die kirchen und die glocken und die kühe ne also ich wollte einfach mal kurz einwenden es gibt nicht nur in kirchen diese sogenannten glocken sondern es gibt auch einen sogenannten zieht glockenturm in bären ja gar nicht regiös konstruiert ist ganz genau sehr schönes glockenspiel wobei es dann eigentlich um das thema zeit geht in diesem kontext weil das ist der gebrauch der glocke außerhalb des liturgischen bereiches ist halt die zeit und da hatten wir glaube ich letzte woche um die weihnachtszeit auch schon das thema hier dass wir darüber gesprochen haben dass die ersten uhren dies gab die ersten mechanischen uhr und im 12 13 jahrhundert dass es eben auch reine schlaguhren waren sprich also nur akustisch wahrnehmbare uhren wie man es zum beispiel ich muss noch mal sehen mal die ziehtglocke gebaut worden ist aber ich glaube die saftischen 13 und 1400 irgendwo in den dreh gebaut worden es ist eine sehr sehr alte uhr mit dem stein händel der so drin schwingt das war ursprünglich wahrscheinlich meine schlaguhr und ist dann weiterentwickelt worden auf eine reguläre zeit und natürlich nachher noch auf eine astronomische uhr die da auch mit drin ist im ziehtglockenturm aber da ging es um die strukturierung des tages und das war halt ein nicht rhetorischer gebrauch deswegen ist der ziehtglockenturm auch nicht regiös genau das ist eben auch in diesem aufsatz vorgekommen soweit ich mich erinnere dass also wenn sozusagen bevor es sozusagen die klöster gab und die hatten ihre lebenseinteilung und deswegen brauchten sie um allen mit sein jetzt ist die zeit und jetzt das zu tun und jenes zu tun dass es tätigkeiten strukturiert hat und dann kam eben vom kloster her über land flog dann dieser ton und er hat eben angefangen auch die zeit auf dem lande zu strukturieren nicht von einem zu zustand der also vorher über dämmerung und mittag mitternacht und so weiter sich vom vom gefühl her strukturiert hat kriegte das auf einmal eine mechanische also von der organisation her und von dem von denen dann an die glockentürme ange andockenden uhren sozusagen andere neue form von struktur nicht kommt die erfindung der glocke ja aus china wobei aus china diese tempelglocken tempelglocken das sind eigentlich gong also diese tempelglocken sind eigentlich als gong zu werden und unterschied zwischen den gong und einer glocke liegt darin dass eine glocke ein sogenanntes nominal hat und einen schlagring durch den schlagring hat er dieses diesen nominal diesen residual ton so nennt man das residual ton heißt dass der klang nicht lauteste ton den man akustisch wahrnehmen mit dem ohr das ist ein ton den die glocke hat als nennton also in dem sie läutet aber dieser ton ist physikalisch in der glocke nicht vorhanden dieser effekt entsteht als ich nur im kopf im 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 gehirn sozusagen und deswegen ist die wahrnehmung von der glocke eine sehr emotionale geschichte und ist für jeden auch anders und daher lässt sich auch dieser effekt erklären was glaubt dass die glocke dass die selbe glocke zur beerdigung traurig und zu einer hochzeit fröhlich klingt obwohl sich um dieselbe und die gleiche glocke handelt emotionalität wikipedia sagt die glocke wäre erstmal musikinstrument ja ich finde auch mal diese differenz zwischen glocke und gong interessant weil wenn ich ein gong denke dann denke ich entweder an so eine scheibe auf die mit so einem klöppel geschlagen wird oder so eine schale an die mit einem klöppel geschlagen wird eine glocke denke ich wenn es so innen anschlägt also im innenraum irgendwie anschlägt also der unterschied zwischen dem gong und der glocke ist der schlagring wenn man jetzt die glocke da mal ein bisschen weiter runter scannt auf eine moderne molloktav glocke michael kannst du die wikipedia seite etwas scrollen und da müsste irgendwo auch noch eine reguläre gruppe da seht ihr ja unten diesen rand oder wo die glocke unten diesen sogenannten vollen macht diesen knick das ist die sogenannte dickste stelle sowas hat ein tempelgong oder ein gong nicht ja und in diesem ton bildet sich dieses sogenannte nominal dieser ton der physikalisch nicht da ist deswegen klingt auch ein gong immer etwas wohl und eine glocke klingt wie eine komplette tonreihe ja also bei dem gong fehlt irgendwo was in der harmonie und bei der glocke ist diese gesamtharmonie diese tonreihe komplett vorhanden von den obertönen bis runter in den tiefsten bassbereich jetzt habe ich die richtige einstellung ich habe die ganze zeit mich gefragt worüber ihr sprecht aber jetzt sehe ich dass das gar nicht über bildschirmteilen ist sondern dass das bei filterraum im hintergrund ist die glocke ich hatte eine ganz andere ansicht gewählt kann passieren kann passieren also ich finde dass das zum thema wie wie sich realität aufbaut die ja auch also entsprechend variabel in der wahrnehmung ist also jetzt ist es also fast als ein spiel mit mit dieser 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 weltbildung nicht dass also eine glocke also sich sich ihre ihre töne erst sozusagen in ihrer die die volle hörbarkeit durch nicht durch das ohr so sehr als sozusagen als durch diese verarbeitung die hier hat nicht und wenn man das also diesen 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 gedanken nimmt dann hat man ja also eine gesamte wahrnehmungsphilosophie und darüber hinaus eine wirklichkeitsphilosophie gewonnen nicht also die glocke da die michael gerade vorbeigeblättert hatte dass die zarkolokoll glocke sie gilt als die größte glocke die je hergestellt worden ist steht auf dem roten platz in moskau sie hat aber nie geläutet diese glocke ist 300 tonnen schwer und diese ecke die da herausgebrochen ist die daneben steht die wiegt etwa zwölf tonnen und dieser schaden ist damit zu erklären dass in der abkühlphase also man muss sich vorstellen dass eine glocke dieser größe wahrscheinlich eher acht wochen oder länger noch in so einer gru bestehen muss und auskühlen muss bevor man sie freilegt aber es kam zu einem wasser einbruch innerhalb der gusshütte innerhalb der abkühlphase der dazu geführt dass dass diese glocke sprach also sie haben die leute sie ist nie im ton gewesen wäre auch nicht schwingend geläutet werden weil in der orthodoxen kirche die glocke nicht schwingend geläutet werden die werden nur mit dem köpfe lang schlagen aber dieser moment wo einem glöckner der oder nicht ein glöckner einem glockengießer so etwas passiert das kann ich mir noch so vorstellen ist so wie wenn also die rakete zum mars nicht die also über jahre entwickelt und unglaublich teuer ist und wieder jahre brauchen würde wissen und dass wenn die dann fehlstart hat und dabei kaputt geht nicht also so eine häufiger scheiße oder noch 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 wenn sie schon mit seiner wand kann die gegossen ist die 1735 gegossen man muss sich mal überlegen zu dieser zeit also im prinzip das war so übergang vom barock das war in der in der zeit wo eigentlich noch materialmangel herrschte hat man 300 tonnen glocke gegossen allein die gussleistung würde man sich heute gar nicht mehr trauen es wird sich kein mensch trauen der glocke von dem gewicht zu gießen heute das viel zu großes risiko bedeuten deswegen ist es nie jemand wieder versucht also wir sind heute meine wenn man im zehntel was man sich noch traut also bis 30 tonnen 33 tonnen das traut man sich noch aber schwerer ist da nichts mehr gemacht worden aber ich meine man man baut ja wunderwerke der technik mit von noch größerem risiko und traut sich an die glocke nicht rein das finde ich ja auch interessant es ist die frage wozu es ist eine bombe die man da baut lieber andreas das ist eine bombe die unterbaus weil bis das der gussprozess abgeschlossen ist und erfolgreich abgeschlossen ist ist das eine bombe und die kann während dem gussprozess hochgehen wenn teile der form nicht komplett ausgetrocknet sind und das ist auch schon passiert das ist auch in den letzten zehn jahren schon passiert das ist eben bei der gießerei corny haba in billet dieu de goel die form an zum kochen oder was die fängt nicht an zu kochen aber du weißt ja die einzelnen schichten aus lehm und wasser pferdemist das ist ja wasser ja muss ja halbwegs in einem teigigen zustand aufgebracht werden schicht für schicht und wird dann trocknen gelassen und man muss jede schicht immer weiter trocknen lassen es fehlt aber manchmal den leuten für die herstellung weil sie sich selber in der zeit verplant wurde und die zeit und wenn man das nicht beachtet bei einer so großen glocke dann bleiben wasser stellen und wenn dann 1200 grad heißes metall auf nasse stellen trifft und die ist ja eingedämmt im boden ja aber damit die form aufstand halten kann das ist wieder wie eine bombe ist das konzipiert und sie fliegt dann eben auch um die ohren also es war eine sechs tonnen glocke die damals vor zehn jahren gegossen wurde für mulhues und da hat es viele verletzte in der gießerei gegeben das auch im grund warum zum beispiel in meiner firma wir haben in 2000er jahren haben wir solche großen glocken hergestellt dass er die eigentlich praktisch nur in der nacht gegossen hat wenn die mitarbeiter praktisch die einzigen in der firma waren die da waren dass überhaupt keiner auf die verlegenheit auf die idee kam dazu besucht kommen zu wollen und das zu sehen ja dass nichts passiert ja also der glockenguss ist gefährlich und ist besteht aus 100 verschiedenen einzelnen schritten und wie man ja auch gut sieht an der gestaltung weil da sieht man auch mal die glocken form also die optische erscheinung und damit auch der klangliche aufbau einer glocke hat sich ja grundsätzlich erst mal entwickelt vom ich sag mal zwischen dem elften jahrhundert und dem 15 oder 16 jahrhundert da war eigentlich die entwicklung der jetzigen oktat glocke wie wir sie heute noch haben abgeschlossen aber in der zwischenzeit hat die form sich sehr krass verändert von der bienenkorb glocke das waren so die ersten gebrauchsformen das waren dann fast noch gong artige glocken davon gibt es ein berühmtes exemplar die sogenannte lulus glocke in bad hersfeld in der stiftsrohine die wird auch händisch geläutet und die stammt etwa aus dem jahr glaube 1100 1100 die gilt somit als die älteste läutbare glocke wiegt um eine tonne aber die ist zum beispiel die kann man sich ansehen da sieht man so eine so eine bienenkorb glocke da im mittleren bild da etwas klein das ist so eine typische bienenkorb glocke hat aber auch bereits einen schlagring die man erkennen kann und dann ist dieser wulst der wulst und dann kamen so zuckerhut formen die dann übergingen vom bienenkorb und dann ist die form entstanden wie wir sie heute kennen wie jetzt oben diese vier glocken die da nebeneinander stehen das sind dann heutige moderne molloktab glocken die allerdings leider sehr tonrein sind also verlieren leider auch an scham das war eben schon der vorteil im mittelalter dass die geläute noch nicht alles so tonrein war das ist eben dann schon gewissen reiz gab eine gewisse dissonanz aufzuhaben weil heute ist ein modernes geläut immer nach einer schlagton linie aufgebaut und es gibt historisch gewachsene geläute die haben gar keine schlagton linie wie zum beispiel interessanterweise groß geläute wie zum beispiel das geläut der kathedral in st gallen also das ist ein ganz heilloses durcheinander und ist musikalisch absolut grausam aber es ist historisch so gewachsen da ist so die frage wie wie entdeckt eine 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 gesellschaft hast du ein ein betrieb eine eine innung nennen oder also dass das muss ja jemand irgendwann merken dass also mit so einem schlagring dass man dann also eine ganz andere art von fülle hat dass da so sachen passieren die man nie vor durchaus durchaus probieren vorher nicht ahnen konnte das ist ausprobieren und das hat man natürlich gemacht man hat immer wieder experimentiert also wenn du den herstellungsprozess einer glocke kennst dann weißt du dass der erste schritt darin besteht den querschnitt der glocke die sogenannte glockenrippe auf ein buchenbrett zu zeichnen ja das ist eine arbeit also früher heute machen was natürlich in mit 3d schneiden das dann lassen das auslasern früher war das wirklich so dass das eine arbeit von zirkeln und maßstäben war um die rippe von punkt a nach punkt b auf dem brett zu konstruieren es gibt glockengießer die betreiben das heute noch die dann jedes mal das neu aufzeichnen aber die formel zur erstellung der in-house es sind jeder glockengießer hat seine eigene rippe das heißt eine rührtschiglocke wird grundsätzlich immer anders aussehen und noch einen anderen tonaufbau haben als jetzt zum beispiel eine bacher glocke dass jeder glockengießer hat ein eigenes profil und diese profile die sind innerhalb der familie innerhalb des betriebes entwickelt worden indem man ausprobiert hat wie bekomme ich die harmonie der teiltöne so hin dass ich die töne so treffen wie später erst kam das ja erst zustande erste ab dem neunzehnten jahrhundert dass man danach auch bei 16 halb nur genau gießen musste so entscheidend meine frage hatte so einen hintergrund also ein beispiel aus der glasbläserei da hat man also ein gruppe rotes glas das in der herstellung so so ist dass man dass das praktisch klar ist und also bei jedem arbeitsschritt ist es klar bis zu einem bestimmten also es sei ein glas in denen in das also goldmoleküle eingebett eingeschmolzen werden und so bis zum bestimmten punkt sieht das immer klar aus und dass es dann auf einmal rot aussieht und zwar tief dunkel wunderschön purpur rot das ist so unwahrscheinlich dass man das rauskriegt das also so dass man zweifeln kann dass es einfach nur versuch und irrtum ist nicht also weil 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 das ist so unwahrscheinlich dass man danach sucht so und da hatte ich auch gedacht dass also bei der glocke ich weiß ja ob es da die möglichkeit gibt dass sich das so nach und nach an annähert dass dann irgendein das musikalische ohr dann sagt auch nicht mal das kriegen wir noch ein bisschen satt dahin oder irgendwie sowas oder ob es eben diesen sprung hat also den sprung glaube ich gab es da nie in die richtung sondern wie gesagt die evolution der form wie die form aussieht der glocke also die art wie die rippe aussieht ja also die rippen bildung dieser bogen dieser glocke der sich im querschnitt darstellt der hat sich durch probieren von guss zu guss hat man das ausprobiert so haben die gießer gearbeitet die haben auf ihre aufträge gewartet und haben dann im prinzip ihr betriebswissen durch die aufträge erlangt indem man halt die die leute waren versuchskaninchen und wir haben dann die glocken gekriegt die dann daraus standen zu diesem zeitpunkt war dann top technik ja und gelandet ist man dann bei einer molloktavglocke die so glatt ist wie ein babyarsch also im prinzip reizlos absolut reizlos weil alles gleich klingt und das ist dann nicht mehr schön das ist dann so als würde ich die mona lisa zehnfach reproduzieren macht man denn dann bei musikinstrumenten wenn glocken für musikinstrumente als musikinstrument für eine percussion meinetwegen hergestellt werden variiert man die dann damit sie nicht diese diese schlechte perfektion kriegen was heißt schlechte perfektion er sagt ja also eine glockenspiel glocke die für ein glockenspiel eingesetzt wird die ist ja noch viel glatter die werden auf einer drehbank werden die hundertprozentig auf ton gestimmt und vorher gehen die auch gar nicht raus also ist die ganze wandung ist abgedreht so dass eigentlich die eigentliche gusshaut die die glocke eigentlich schützt weg ist ja das ist auch so ein thema wo man ja nachher irgendwann gemerkt hat durch das maschinelle leuten dass die ermüdung von glocken heute ein thema ist dass man eben merkt die halten eben nicht ewig durch die art und weise wie wir sie benutzen und das ist ein teil dieser tonkorrekturen eben die wird ja durch abtragung man kann nichts aufbringen ich kann nur abtragen das heißt ich kann den ton auch nur in eine richtung korrigieren nämlich nach unten ich kann eine glocke immer nur tiefer stimmen wenn eine glocke zu tief aus dem guss kommt kann ich sie nicht höher stimmen das kann ich nicht also was heißt dass ich schleife etwas weg aber ich kann nicht x beliebig schleifen sondern ich muss die teil töne der glocke die muss ich bearbeiten also wenn ich diesen nominalton residualton beeinflussen will den ich höre muss ich die partial töne korrigieren das kann die prim sein das kann die terz sein es kann die quinte sein das kann die oberoktage sein und die liegen alle in verschiedenen bereichen der glocke heißt ich muss in verschiedenen bereichen material wegnehmen und damit wird diese gushaut die sich bildet entlang der form die eigentlich eine stützende schützende wirkung hat weggenommen und das macht die glocke eigentlich anfällig für spätere schäden was stellt ihr denn für glockenherr seid ihr da in dem der gesamten breite unterwegs ja oder ja also wir machen von der von der glockenspielglocke die natürlich etwas anderen charakter haben muss als jetzt eine leute glocke das hat mit der wandung zu tun und auch mit dem ton aufbauen auch im nachhall also in regel ein glockenspielglocke etwas massiver und der leute glocke da variiert man da gibt es also jeder jeder gießer hat so seine drei standardrippen schwere rippe mittlere rippe leichte rippe das heißt eine glocke mit ton a kann insgesamt drei verschiedene gewichte haben und man schaut dann in welchem bauwerk wird die wird die gebraucht in dem dom würde ich nie mit einer leicht rippigen glocke arbeiten weil einfach da das stimmenvolumen zu dünn ist für so viele große breite türme wie zum beispiel so ist oder wenn wir nach münster gehen die über wasserkirche die kann ich übrigens sehr gut da habe ich sehr viel zeit verbracht aber da hängt relativ kleines geläutern ist aber auch da hängt eine mittelalterliche glocke drin in der über wasserkirche die mittelalter waren die glocken tendenziell sehr schwer richtig also sie waren eher dick bandig und deswegen haben diese mittelalterlichen glocken haben einen eigenen klang der noch nicht hundertprozentig ton rein ist aber ein unglaubliches volumen im nachhall also es hat was sehr warmes etwas nachhaltiges etwas wirklich mit der zeit und den menschen die damals was die damals empfunden haben verbunden ist und das macht eben auch diesen reiz aus wenn man zu so einer glocke jetzt eine schwester glocke und das ist dann gemacht worden in der über wasserkirche hat man zwei kleinere glocken in den 60er jahren zu der historischen mittelalterlichen glocke gegossen dann kann ich dann nicht eine molloktav glocke gießen wie wir sie heute haben weil die tonal gar nicht dazu passt wobei da mit dem passen kommt mir die über wasserkirche in münster die hat ja innen meinetwegen glocken aber außen hat die etwas ganz anderes hängen nicht das ist ja da das ist lamberti was du meinst ach das lamberti entschuldigung genau das ist lamberti das stimmt ja und die lamberti kirche hat eben im gegensatz zur über wasserkirche auch noch normalerweise einen türmer da sind hängen nämlich die wiedertäufer aber die wiedertäufer hatten auf der über wasserkirche eine kanone installiert und haben die stadt von da aus verteidigt und die wiedertäufer sind auch der grund warum auf dem dach der über wasserkirche kein dach ist keine turmspitze ist weil die haben sie weggesprengt für ihre kanone ehrlich ja ich habe oben auf diesem dach das ist so eine kuppel in wirklichkeit das heißt man geht da also das ist so eine holzkuppel da kann man rauf gehen wenn man oben in der mitte steht steht man eigentlich auf höhe der brüstungen außenrum ja also wenn man draußen an diesem geländer steht wenn man in der mitte steht steht man genau auf höhe der geländer kann also in die ganze stadt in alle richtungen schauen da habe ich oft gesessen wenn ich da zur wartung war habe ich mir immer die zeit genommen da bis ganz hoch zu gehen und mich oben auf die spitze zu rocken ja das ist ja direkt bei wilzbergs antiquariat direkt gegenüber kennst du ja ja ich habe da ja ein paar jahre studiert ja und bin ja aus münster weggegangen so mit dem gefühl oh gott hoffentlich gibt es außerhalb von münster noch bücher und so gute regen dabei auch noch regensberg gab es da noch und so nicht also die also es ist ja wirklich ein antiquariat was da drin ist das ist dieses antiquariat soll da so heißt es zeigen und dann wird für die serie gedreht ist hängen die immer schild wilzberg da oben drauf ja 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 das ist genau bei der katholischen ähm studenten gemeinde sozusagen dranne und da waren wir ja ziemlich oft vor allem also als wir damals ja da haben wir so eine story aber sind wir noch story telling am machen ja hier ja hier die genau die erzählen die hat auch die hat auch dann bitte kvz hat auch einen eigenen twitter händel und ich weiß nicht ob man das verraten darf andreas wer dahinter steckt oder was muss ja keiner wissen die katharina von zimmern steckt dahinter glaube ich bürgert oder du hast ja ich bin noch bei etwas ganz anderem ich wollte noch mal kurz fragen jetzt haben wir hier den experten das ist ja super ich verwechsel das also ich kenne mich ja mit so mir könnte man ja glocken vorspielen das würde ich kaum erkennen ob das glas eisen oder bronze ist und ich wollte noch mal fragen wie wie man das am klang unterscheidet und ich weiß nur ich kenne nur so eine kleine kirchengemeinde so in norddeutschland die immer wieder eine neue kirchenglocke haben wollen weil während des zweiten weltkriebs ihre eisenglocke eingeschmolzen worden ist und da irgendwie so eine andere aufgehängt wurde und sie möchten wieder die alte haben um den alten klang zu haben ich möchte jetzt einfach gerne wissen weil ich mir schlecht vorstellen kann der unterschied bezüglich des klanges liegt der unterschied ist bedingt durch das material ja also zunächst mal stahlglocken oder man nennt das auch eisen hartgussglocken also man unterscheidet jetzt noch diese eisen hartgussglocken wo eigentlich reines eisen ist mit den gussstahlglocken das sind noch mal zwei grundverschiedene typen von glocke ja und die sind allesamt erst ab 1830 eigentlich entstanden interessanterweise gussstahl also gussstahl wie wir aus der industrie nachher von thyssen krupp und allen möglichen aus dem urgenweg kennen hatte den ursprung im glockenguss weil krupp in essen bis zu diesem zeitpunkt 1830 der meinung war waffen müssen geschmiedet werden und können nicht aus gussstahl hergestellt werden und da gab es einen empfindigen materialingenieur den kann meyer so hat er hier hießen und der hat sich mit der herstellung von gussstahl beschäftigt und hatte das auch im prinzip synthetisiert und wollte krupp das näher bringen aber krupp hat das abgelehnt und dann hat er gesagt ja gut es gibt keine also es gab für ihn keine möglichkeit das industriell im großen stil anzuwenden dann hat man 1830 den buchumer verein gegründet ein verein der zum ziel hatte glocken herzustellen und dann hat er eben als die erste anwendung von gussstahl war glocken herstellung als alternative zu bronze glocken weil bronze und sinn das hieß ja immer früher glocken und kanonengießer so hieß der beruf eigentlich dass es die glockengießer waren immer verdammt in friedenszeiten haben sie halt ihre glocken machen dürfen und wenn kriegszeiten anstanden was früher tendenziell öfters der fall war weil in europa eigentlich ständig krieg geherrscht geherrscht hat haben sie können geschütze wieder müssen gießen die glocken wieder müssen einschmelzen also das war kein phänomen das nur im zweiten oder ersten weltkrieg ein thema war das war immer ein thema und das war so eine zeit da hat man halt eben kanonen gemacht und da war aber der übergang schon da materialknappheit geldnot und gussstahlglocke war dann eben auch eine preiswerte alternative aber die gussstahlglocke ist im prinzip unverwüstlich die rostet halt sie ist unverwüstlich genau wie die bronze glocke klingt aber anders bedingt durch die materialdichte also man hat nicht dieses schwingende verhalten von bronze was man halt hat durch 78 prozent kupfer und 22 prozent zinn weil daraus besteht glockenbronze das ist das optimum für diesen perfekten glockenklang den man kennt der warm und weich ist und nicht metallisch ist und sobald es dann auf stahl geht auf buchstahl geht wird das ganze sehr viel herber weil auch die glocke ganz andere aus dem also die hat eine ganz andere größe eine glocke aus stahl muss immer ich sag mal 20 25 prozent größer vom volumen sein um annähernd auf denselben ton zu kommen wie jetzt eine eine bronze glocke also weil weil einfach bronze eine höhere dichte besitzt auch bronze schwerer aber man braucht auch mehr material um halt eben lang anhaltend klingende bronze glocken zu gießen wo wir wieder bei der material knappheit sind sprich man hat das als alternative entwickelt und zu kriegszeiten als es dann ganz ließ wurde später dann im anfang 20 jahrhundert hat man angefangen mit diesen eisen hartgussglocken aus reinem eisen glocken zu gießen da gab es firmen wie schilling und blattermann zum beispiel die diese sachen gemacht haben es gab nicht so viele oder beule wo eigentlich eine uhren baufirma war die hat dann angefangen eisen glocken herzustellen und das sind einfach glocken die haben eine begrenzte halbwert zeit weil man weiß die eins eisen glocken die sind klanglich am schlechtesten und die klingen auch am wüstesten sind auch sagen wir in der regel zwischen 80 und 100 jahren anzusiedeln dann sind die sind die kaputt dann sind sie kaputt geschlagen die reißen dann irgendwann gussstahl und davon gibt es noch viele glocken in deutschland also das ist auch das wo den glockengießer heute eigentlich immer noch einen gewissen markt zur verfügung stellt weil man dann immer noch kommt wir haben ja damals irgendwann eisen glocken gemacht gussstahl glocken gemacht klanglich gesehen sind dann sind die halt vertönt machen wir dann doch noch ein modernes bronze geläut schönes bronze geläut jetzt können wir uns das leisten also dieser markt besteht in deutschland noch das ist auch der grund warum es in deutschland immer noch mehr als eine glockengießerei gibt wäre das nicht so wäre das ja nicht nötig dann gäbe es ja keinen bedarf für guss von glocken dann würde man glocken sicherlich nur noch unterhalten aber sicherlich nicht mehr in dem stil gießen in der schweiz für uns wir spüren das sehr deutlich weil wir natürlich nicht aufgrund der preisgrenzen ohne weiteres über die grenzen liefern können weil wir dann auch zu teuer sind aber auch nicht günstiger produzieren können haben wir halt innerhalb unseres landes eine sättigung wir hatten keinen krieg wir haben auch interessanterweise findet man in der schweiz einzelne muss starke leute man findet sogar ein einziges eisengeläute das ich mal gesehen habe das sind aber einzel fälle die haben sich verirrt durch irgendeinen deutschen der in die schweiz emigriert war und der meinung war er könnte der gemeinde gefallen tun wenn er so ein geläute anschafft also in reußbühl hängt ein gussstahl geläute großes das weiß ich vom buch immer verein und in schaffhausen da am rheinfall da hängt in einer katholischen kirche reisende leute das weiß ich aber das sind einzelfälle sonst wird man diese geläute sind dann in der schweiz sehr exotisch in deutschland in ostdeutschland findet man noch relativ häufig eisenglocken aber da gibt es keinen grund denen nachzuweilen und eisen und busstahlglocken hat man im krieg auch nicht konfisziert was mich so ein bisschen zum zweifeln bringt dass in der gemeinde von denen du berge eben gesprochen hast eine alte eisenglocke wieder will wieder zurück haben will weil die kann gar nicht weggekommen sein ja dann ist die gar nicht weggekommen dann wollen die eine proxenglocke weil die dann besser klingt als diese eisenglocke ne logischerweise wäre das dann jetzt nach deiner erklärung es gab es gab es gab schlau alles es gab fahrer die haben nach dem ersten weltkrieg gesagt nein wir schaffen uns jetzt bewusst ein busstahlgeläute an das holt man uns nicht mehr ab ja und so war es dann auch weil da wo busstahlglocken hingen da ist man nachher im krieg nicht mehr da sind die nazis nicht hin wieder und haben sie konfisziert das hat dem nichts gebracht damit konnten die nichts mehr anfangen wieder einschmelzen bringt nichts ja aber sie sind klanglich nicht so schön aber oben in frau münster und damit freue ich mich dass ich diese kirche sehe da kann ich jetzt nach langjährigen bemühungen endlich dieses hier arbeiten also an der großen glocke in frau münster sind wir jetzt gerade dran und wann bist du denn dann da um da oben herum zu touren ob ich selber da vorbeigehe weiß ich noch gar nicht ich war schon öfters in dem turm da oben drin ich gehe auch immer sehr gerne in den frau münster weil es da diese schönen schagallfenster gibt ja ja ich gehe dann immer oben auf die empore weil da hast du eine eigene empore dem zwischenraum wo der aufgang zum turm ist und da stehen auch stühle da kommt man halt als besucher nicht hin und da kann man super in sich hinsetzen und kann diese fenster auf gleicher höhe anschauen muss ich den kopf nicht verrecken ja aber ich sehe die sehr sehr gern und chagall war ja wirklich also für kirchenfenster ein toller künstler habt ihr auch hier als so als durchsichtige karte die sind wirklich schön die schagallfen nach außen hin wird das dann gröber da ist es dann auch nicht mehr so von der entscheidung wie fein dass das wird es wird dann aus dem gröber aber nach innen wo man halt die oberfläche nachher der glocke sieht muss das sehr rein sein sonst hat man einfach nachher einen haufen zisalierungsarbeit das ist halt ihr unsauberer arbeitet umso mehr mechanische abtragungsarbeit nach in der anderen am äußeren hat man nachher ja ich hätte auch mal eine frage gern okay das sollte mal fragen meine frage an den experten ist wie sieht das aus zum beispiel wenn man sieht da du hast gesagt die können ja praktisch schon von der produktionsweise ja einfach mal zwischen den glocken und den waffen wählen also das ist halt eine gießerei und die kann halt dies arbeiten machen wäre aber auch zu wenig weil das glockengießen schon noch bestimmte voraussetzungen hat denke ich mal die auch sehr speziell sind oder ja meine wände nämlich jetzt so nimmst das war so kann ich jetzt darauf die eigentlich stehen denn eigentlich mit dem kunst wussten dass er auch so einen markt ja wie sieht es da aus der kunstmarkt der wächst sehr stark und das ist ja unser sagt mal unser paket mittlerweile dass wir eben im kunstguss sehr stark sind und auch entsprechend technologien am aufbauen sind oder nutzen die moderne sind also in dem sinne dass wir jetzt statt einem ein lager einen großen 3d drucker raum unterhalten in dem modelle erstellt werden und ich habe mir das jetzt über die feiertage noch mal anschauen letzte woche waren wir noch in der betriebsferien und hatte ich mal die zeit ein bisschen dadurch zu spüren mit dem modell anzugucken und habe dann eben auch erfahren dass das eben eine art flüssiger kunststoff ist der da verformt wird von den druckern der dann eigentlich nachher nach dem abformen durch erhitzen restlos verbringt ja ich dachte am anfang das ist es ist so ein bisschen wachsartig aber es ist kein wachs sondern es ist wirklich ein flüssiger kunststoff und es ist genau wie bei den kinden patronen für julie packard oder diese namhaften drucker das sind immer die nachfüllen kartuschen die teuer sind jetzt den eben mit dieser flüssigkeit wo das halt sein mit geformt wird und von der software kann es natürlich mit 3d software drei form mäßig konstruieren hat für den künstler große vorteile dass der künstler mit software recht gut auf seine modelle erarbeiten und übergeben kann zum beispiel früher war es dann so dass das nicht die die gießer bzw die künstler halt vor allen dingen selber die modelle bauen gebaut haben und damit zu uns kamen und heute haben wir die möglichkeit durch 3d modell und durch bakuum guss geben auch sehr feine dinge darzustellen in der bronze wie jetzt zum beispiel hohe flächen und irgendeine rinde zum beispiel also man kann das so wirklich wie eine richtige rinde in der bronze darstellen da fällt mir dieses antikriegsdenkmal hamburg damm tor ein von alfred rittlitschka der ja der offenbar eine bodenplastik die also aus zerfließendem oder dem boden gepatschten leben oder gibt es so besteht und das ja auch dünn im grunde nicht das ist ja auch teilweise löchrig durchbrochen und das muss und das ist aber so hoch interessant und sinnlich von der oberfläche her nicht das muss ja auch dann auch sozusagen ich weiß gar nicht ob man das sozusagen mit mit was ich auf diese diese übliche weise der der verlorenen form oder so diesen kann nicht also es wirkt auf jeden fall so wie du das jetzt beschreibst dass man da also aber aber als das gemacht wurde war man vielleicht diese technik noch gar nicht da also ich weiß nicht ob du das zufällig kennst aber das unglaubliche kultur im augenblick machen wir ein abguss einer einer burg eines modellens aus morgens an dem die einzelnen gebäudeteile eben alles aus dem 3d drucker kommen also hier ist das mal also ich bin da öfter gewesen weil mich da gab es auch ein streit drum und also ist noch für mich jetzt sehr fein aber das ist eben diese man man sieht wie dünn das dann also einem mindestens einem vorkommt nicht ja aber dass ich finde das schon bezeichnen wenn du sagst das ist noch noch grob dann kann man sich es eben sogar noch puriger also näher an das ist schon atemberaubend was da machbar ist und es wird eben auch stark ausgelebt also die und man merkt auch dass jetzt auch bedingt im gegensatz zu früher sind auch viel mehr kursler da die halt auch mit ihren projekten dann kommen eben auch auf basis von den neuen technologien die uns dann zur verfügung stehen ich nehme das mal wieder weg weil du hattest eigentlich was anderes vor zu erzählen ich war dir da eingefahren das thema ist ja dass dass diese haptischen bedürfnisse wird ich jetzt mal sagen weil es schon unterschied ob drehe so ein pappteller in der hand hast oder was gegossen ist ja ja schöne ist die flüssige bronze zu sehen weil es hat was für flüssigem licht wenn die aus dem ofen kommt und läuft dann in die form ist eigentlich egal für welche anwendung es ist immer wieder atemberaubend ich war mit dem was bei uns sein das ist ja also pomodoro heißt er der künstler und den da bist du ein fan von schulang da hat also dinger gemacht da fliegen echt die ohren weg ja wobei das da sieht jetzt noch mal nach einer alten fertigungstechnik aus das ist jetzt wirklich noch zu holen sind dass diese kugeln die du da wo du mir von der nacht hast das ist noch klassische da machen sie ihre form irgendwie bauen und so sind ihre steiger und ihre entlüftungs öffnungen weil wenn bronze kommt dann luft weichen genau dass das und wenn man das schlecht anbringt dass man daneben das becher dass dann eine blase entsteht und so ne genau das ist wahrscheinlich noch mal und das bei glocke einfacher weil das sozusagen euch mal was also wir haben ja bei uns muss technologen die wir ausbilden das spratzt es und spritzt es in die formen war mit noch freund mal in thyssen in der us technologen stahlguss müssen bei uns in der lehrer stellen der lehrer müssen die so souvenir glöcklein herstellen also das lernen die über den gesamten ausbildungsprozess und interessanterweise ist die produktion dieser glöcklein so defizit dass sie eigentlich alle fertigkeiten braucht die ein glockengießer nachher braucht als als geld als wusstechnologen benötigt die sehen dann so aus als leuten komme ich über die kann man bei uns in aarau kaufen ja das wird rausgefiltert von du musst oben umschalten auf original ton für musiker ein und das wenn die wenn sie das fehlerfrei können dann haben sie ihren beruf verstärkt wenn die so rauskommen wie sie jetzt da sich abbilden aber wir machen da auch noch andere glocken also man kann so richtige zier bronze glocken so wie sie eigentlich auch gefertigt werden für die kirche auch haben und kunstkurs an sich also so kunst künstlerarbeiten irgendwie ist dann halt abhängig vom projekt oder das ist schon projekt abhängig genau das was man haben will ich ich denke so ein bisschen weiter so noch mal so von und vom klang experiment her also wenn wenn man jetzt anfangen würde glocken zu verzerren also entweder in der großform oder in der oberflächen struktur oder so ist da nicht so eine neugier was passiert dann klanglich wenn wir das hat man ja schon alles schon am eigenen leib erfahren müssen ebenso in der frauenkirche in dresden was man es da mit den ornamenten auf der glocke so so gut gemeint hat dass diese dick geworden sind dass sie im prinzip die ton struktur der glocken so verschoben haben dass sie nicht mehr brauchbar waren weil eben dann die drei sechzehnten halbton nicht mehr eingehalten werden konnten ist dann die glocke mehr oder weniger durchgefallen oder alle sind alle durchgefallen und der gießer durfte sie dann gerade noch mal alle machen mit neuen reliefs weil dann mussten die reliefs natürlich auch dünner werden also da war dann auch der künstler nachher gefordert seine reliefs entsprechend anzupassen die waren ja aus wachs heißt er hat seine wachsformen da auch neu erstellen müssen für seine formen für die inschriften und bilder die machen ja dann immer weiß gott was drauf und es sieht kein menschen mehr das thema hatten wir ja schon mal auch in verbindung mit zum beispiel wenn andere symbole auf glocken sind aber man verziert ja teilweise bei so glockenprojekten heute also das schier unglaublich was man da drauf macht also sieht kein menschen mehr das sehen nur noch ganz wenige leute und freuen sich dran auch wenn das künstlerisch ganz tolle sachen sind also ich weiß die die soester dumm glocken die wir in den 90er jahren gemacht haben die haben so kunstvolle darstellungen gehabt und die waren wunderschön dann ist die eine glocke die ist dann irgendwann 2005 oder 2008 ist die gesprungen und sie musste neu hergestellt werden und das hat dann aber eine andere firma gemacht und dann haben die riesen ding bis sie dann dieses reliefs so wie das war wieder abnehmen konnten von der kaputten glocke und übertragen auf die neue damit die halbwegs genauso wieder aussah oder obwohl es eine ganz andere glocke geworden ist auch von einem ganz anderen gießer der maßstab ist ja jetzt sozusagen so eine bestimmte art von reinem klang zu haben oder gefülltem klang oder wie auch immer es gibt es gibt ja es gibt davon aber weg geht also wie meinetwegen moderne musik hat ja irgendwann diese reinen tonvorstellungen verlassen um sozusagen auf neue abenteuer auszukommen haben da aber nicht würden da nicht mitmachen wir haben also das ist ja genau was wo sich die glockentechnik ich sag mal den anderen verschlossen hat das fing so an mit dem aufbau nach dem zweiten weltkrieg da gab es halt leute die haben das sogenannte deutsche glockenwesen begründet eine davon war der evangelische pfarrer theofen aus der er hat ganz vor allen dingen die diese diese bücher geschrieben der glockenexperte wo er ich sag mal grundlagen gelegt hat für die sachverständigen von heute wie und neu wie beurteilt wird und was die allgemeine meinung in deutschland ist die bestimmt wird von diesem fachausschuss für das glockenwesen aber in möglichkeit sitzen da so also man redet von den leute winkeln wo mit musik überhaupt nichts am hut haben also es ist absolut technisch es ist mit null entwicklung und deswegen ist deutschland glockentechnisch moment auch das langweiligste land der welt was glocken angeht also ist sie also also so so verfahren also die schweizer man denkt immer die schweizer seien so verbohrt oder sie seien steif aber musikalisch sind die auf einem ganz anderen level muss man einfach sagen weil die kultur wird da eigentlich so gelebt dass man sagt nein wir wollen ein lebendiges geläut haben es muss schön sein und die in leutwinkel interessiert mich nicht ist auch musikalisch absoluter quatsch das kann sein dass das jahre sondern wie in der musik gibt es ja auch also irrwege als sackgassen oder sowas aber du kannst natürlich auch in europa jetzt hören entweder wenn karajan sie dirigiert oder wenn fortenglas dirigiert und du stellst fest das sind unterschiedliche dinge die behörst ja das sowieso also aber ich meine gibt es so eine art aufbruch in in einem eine glockenklang zukunft oder so etwas so also oder ist es immer wieder so eine traditions bewahrung mit varianten so wie sich also der klassische musikmarkt ja heute so da bietet nicht ich kann so viel sagen die rippe die wir heute bei uns gießen die hatte vor zehn jahren den zustand von ich sag mal 1930 das heißt bis dahin fand da oder 1940 gab es eine gewisse entwicklung und danach wurde an dieser rippe nicht mehr gemacht aber man hat festgestellt sie hat noch defizite also es klang ich noch nicht optimal also haben wir jetzt versucht oder wir sind dran und das ist eben auch nicht so einfach mit modernen hilfsmittel und selbst die alleine bringen das auch noch nicht hin sondern auch zeit erfahrung und man muss es probieren ausprobieren wie man eben diese rippe verändern kann musikalisch dass zum beispiel eine prime eher so und so ausgelegt ist also es geht darum wie kommen die partial töne aus der glocke also das ist auch das was für ein glockengießer interessant ist auch das was du angesprochen hast wie hat sich die glocke klanglich entwickelt ja daran arbeiten wir jetzt und ist das heute wird ja viel simuliert ist das die simulation bildet die wirklichkeit in einem gewissen maß ab aber bei bronze ist es so dass es klangverhalten der glocke maßgeblich mit ihrer abkühl kurve zusammenhängt also heißt die ganze form der auskühlung hat einfluss auf die tonbildung ja das heißt ihr langsam wie langsamer ist die auskühlen lasse umso besser ist es aber die auskühl kurve die kann man ja auch gestalten das ist ja im grunde mir das ist total irre dass also eine so eine zeitstruktur dieses aus diese auskühl kurve ist ja im grunde ja also am anfang ist das flüssig gut und dann fängt es an irgendwo bilden sich kristalle die dürfen nicht zu groß werden und was ich alles nicht und am ende hat man sozusagen diesen 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 festen kalten metallkörper und und jetzt wenn es sozusagen immer mal anfängt da drin etwas schneller kalt zu werden dann wieder etwas lang und langsamer und dann wieder also sind ja also das kann das kann man ja auch steuern wollen ja das steuern aber in einem gewissen maß auch nicht das heißt du hast die glocke eingedämmt das heißt sie steht immer entweder steht sie in der grube oder sie steht in einem stahlkasten der mit sand und erde aufgefüllt ist und ist daran eingedämmt das kommt immer auf den auftrag an wenn ich jetzt natürlich drei vier glocken gießen muss am stück und hat ein gesamtgewicht von drei tonnen was ich vergieße dann würde ich eher die die grube die große grube benutzen und sonst arbeitet man mit mir zu kästen das hat auch irgendwo logistische gründe mit welchem ofen arbeite ich denn in welcher halle arbeite ich ich kenne vom guss halt noch dass es halt mit lunkern irgendwas da stress gibt dann ja unter anderem auch das sind diese hohlräume die da entstehen können dann so verschiedene und verlunker haben wir natürlich alle alles die wollen wir nicht haben geht das gleich wieder so ins aufschmelzen und personen das dann passiert weil wie gesagt ich bin unbedingt die glocke kaputt schlagen müssen weil das ist die kriegt man nicht mal so einfach kaputt also relativ viel energie für kaputt zu schlagen das haben auch schon gemacht die glocken dann zusammengeschlagen und in den ofen gesteckt wieder also selber keine schöne vor allen dingen ist es auch keine jemanden der diese glocken baut auf die welt bringt was nur wirklich eine arbeit ist die dich bis in die letzte torritze dreckig macht schmutzig macht also da gehst du wirklich da bist du da kannst du dich von innen nach außen ziehen nachdem du da aus der halle kommst das ist nicht schön so was kaputt zu machen das ist auch kein schönes geschützt es hat keine fehler ganz klar besser nur lebende kinder gebären ja also wir haben gott sei dank recht geringe durchwahlquote also in den letzten jahren haben wir nichts mehr gehört bist du mehr so auf dem auf den praktischen beim machen oder bist du mehr so planen theorie oder bist sogar noch weiter weg einfach akquise oder so wo ist deine praxis ich bin da wo ich gebraucht werde heißt ich bin technischer technischer direktor ich überlege mir technische lösungen oder versuche probleme zu lösen mit den glocken habe ich mich über sehr lange zeit beschäftigt und mein fachgebiet sind eigentlich glockenklöppel und darunter gibt es auch entsprechende publikationen angeber als uns jetzt noch willst uns herz und qr-code zum kaufen einblenden ja hier als doch werbung gemacht alles gut das sind eigentlich die grundlagen für moderne glockentechnik um zu beurteilen ob glocken kaputt sind und was man tun kann um sie zu erhalten steht hier drin doch der arbeit dann hast du drucken lassen oder was nein das ist das ist vor jeweils der tagungsbericht von den glocken sie um die nach pro bell stattgefunden pro bell pro bell ist noch mehr das ist das kompetenzzentrum für glocken das an der fachhochschule in kämpfen residiert da erinnere ich mich wir hatten so ein vorgespräch also mehr oder weniger zufällig weil ich da im gespräch zwischen dir und viel darum reingeschneit bin wo ich gerade so die herstellung von so einem klöppel aus stahl gesehen hatte als doku im fernsehen und wo sie dann schmiedeisern okay und der wurde gedreht jedenfalls und und dann hatten sie in den in den kopf haben sie dann doch noch mal kupfer oder bronze ich weiß nicht mehr eingelassen sozusagen so zwei die die aufschlagpunkte waren eben dann um wahrscheinlich um eine gewisse weichheit oder so dazu haben das glocke gewesen und da hattest du gesagt also dass das also nicht der technik neuste stand ist und da verstehe ich jetzt dass du ja mitten in dieses genau dieses thema ja tief eingearbeitet bist ja klöppeln ja weil ich sag mal das ist ja das wie die glocke der her wird das heißt der glöppel ist das instrument das über entscheidet wie lange kann ich eine glocke nutzen und wie nehme ich sie war also da ist der glöppel grundentscheidend also einfach ein verkehrt dimensioniert der glöppel kann eine glocke so schrecklich töten lassen dass du selbst als experte versucht bis nach dem riss hast du am schlagzeug ja auch wenn die becken nimmst je nachdem was da dafür muss man kurz austreten als gleich wieder das ist schon je nachdem beim schlagzeug aus dem becken das totaler unterschied vom klang je nachdem was in der hand hältst ja diese diese damit wären wir im grunde fast schon wieder beim gong wenn wir beim becken sind dann hätten wir also ja diese diese fähigkeit hast du dass die schwingen können und ich glaube so die becken zu entwickeln das war hatte auch eine zeit bis also dass im schlagzeug angekommen ist als das was es heute heute sein kann nicht also das einzelne und dann die diese aufeinander schnappen und sowas nicht da war glaube ich auch viel wir hoffen zwischen hat du weißt die high hat oder was ich habe keine ahnung davon immer neben der musik wo oben und unten becken sich immer so gegeneinander rappeln so ja genau und dann aus und kennen diesen kennst du noch diese automaten die da irgendwie gestanden haben wo so affen drin waren sondern da war auch immer einer daten ja ja so marsch beim marsch musik hast auch so typen die mit zwei becken in der hand darum klar baukern naja und unglaublich sie das geräusch ja ich habe da keine ahnung von von daher das kann einfach aus aus testen wenn du zum beispiel von einem topf metall deckel hast ja der so einen schönen klang erzeugt und dann tust du einfach mal verschiedene sachen mit verschiedenen sachen darauf hauen mit einem messerchen mit verschiedenen messern mit dicken oder dünnen messern mit holz oder mit plastik klingt alles anders also wir haben ja bei uns so ein sehr bekannten perkussionisten der vor allen dingen mit glocken arbeitet der kommt aus dem wallis beahtiaki so heißt er und der gibt also sehr interessant als künstler und seinen schülern sehr interessante konzerte in dem er eben glocken zur perkussion benutzt ja das wird auch mit auch künd also als kunsttechnik das war ließ ich also es gibt eine valisische form dass das des glockenspiels die wiederum nicht so sehr mit diesem was wir von diesen stockspiel zwischen aus den niederlanden kennen die du sie auch kennst an diesen porzellan glocken spielen das sind alles klaviaturen und die valiser das sind eigentlich immer noch so urmenschen die haben dann so also das so fast wie bayern also in deutschland nennt man das bayern dass man ein seil an den an den klöppel bindet und den so anspannen dass ich an diesem seil nur noch ziehen muss dass ich töne bekommen das ist so schön so eine typische valiser kultur und interessanterweise hat er jede dorfkirche auch ein kleines karliong an ihren leute das wird da auch gepflegt also weil es ist ja schön zum urlaub machen aber ich kann mir überhaupt gar nicht vorstellen wie das klingt also ich habe da jetzt zum ersten mal von und das kann also wenn er beart jackie wenn er denn den namen mal googelt auf youtube der findet das sehr tolle beiträge also macht wirklich schön kannst du auch dass das lied von der glocke auswendig was die hand mit des feuers was die fangen was die hand mit des feuers hilfe in dammestiefen überbaut wird uns als zeugen hoch oben in das turmesglocken stube als zeugen laut so in die richtung aber was man sagen muss er hat den herstellungsprozess sehr genau beschrieben ich kenne das gar nicht ich weiß nur also das ist eigentlich das wo man sagen muss er hat zwar gedichtet aber er hat diesen herstellungsprozess doch sehr sehr genau beschrieben und nehmt auch holz vom fichten stammen doch es trocken lasst es sein dass die eingeschlagene flamme schlage zu dem spalschen also das ist zum beispiel dieser effekt des zinn kommt er erst unmittelbar vor dem guss in die bronze liegt halt daran dass zinn eine sehr niedrige schmelztemperatur hat das heißt je früher ich das zinn reinschmeiße umso höher ist mein prozentualer abbrannt sprich wenn ich das zu früh rein werfe verbrennt mit einfach verkochtem kuffer und deswegen damit sich das verbindet wird auch heute das noch so gehandhabt dass man mit einem fichten stamm in den ofen geht also man hat den stamm auf den schultern den fährt man in die in die in die schmelze rein und dann ist dieser eingeschlossene sauerstoff im holz der ist dann wie ein quill also der fängt praktisch an das durchzurühren dadurch dass das holz in dieser schmelze ist das ist also auch so ein vorgang den er dann mit tollen worten geschrieben hat wo aber im physikalischen grund hat und gibt das dann kohlenstoff ab das holz also ist ja dann nicht nur gewisser weise aber es ist auch so dass man natürlich man hat ja immer schmutzrückstände auf dem kupfer als auch auf der auf dem zinn das heißt man muss ohnehin für eine trennung sorgen und das macht man zum beispiel mit glas und soda also man wirft auch glas und soda rein weil dann nachher das ganze dreck mit in form von glas oben auf schwimmt und dann kann ich diese schlacke abziehen und so verhindert man eben dass der lunker mit reinkommen also je weiter man redet und fragten so weiter desto mehr feinheiten in all diesen ganzen prozessen tauchen auf nicht als ist also gut ist also irgendwie noch schaufeln form rein und dann so ein gießen zu einem haben wäre wenn es so einfach wäre aber es sind in wirklichkeit sind es 100 form prozesse also sind 100 schritte bis die form soweit ist dass sie für den groß fertig ist und sie besteht ja aus drei teilen also sie besteht aus dem kern der falschen glocke und dem man das sind diese drei formteile im prinzip ist das so ein bisschen wie samtkasten arbeiten mit zur firmen ganz früher als kalt der kleine glockendoktor wollte eigentlich immer baggerfahrer werden die die kann denn das dass du denn jetzt glocken doktor geworden bist also ja kann ich dir relativ genau sagen ich war damals vielleicht fünf jahre als und wir haben damals in der familie so also der oder von meinem vater der ist hat sich damals zum priester ausbilden gelassen er ist zu der zeit ist der kaplan gewesen in dillingen an der saar und wir hatten zumindest aus der familie heraus so die eigene angeboten hat den dann aber zu besuchen an sonntagen und mein erster eindruck ist immer noch so präsent dass ich das gefühl habe ich weiß noch genau wie das war dieser dieser erste eindruck dass er zu mir kam und sagte wenn das nächste mal kommst da gehen wir mal auf den kirchturm dann zeige ich dir die glocken in dieser kirche wo er da war im sadom in dillingen die sind so groß da kannst du die kleinste noch nicht mal wegtragen das konnte ich mir weiß das konnte ich mir nicht vorstellen ich konnte mir das nicht vorstellen und dann habe ich natürlich wie gebannt auf diesen nächsten besuch gewartet weil in dem moment allein durch diesen satz war einfach dass ich wusste gar nicht was mich erwartet war das ich will das jetzt mal sehen und das schlimme ist das hat dann nicht geklappt weil auf dem weg nach oben mal das war kein schöner turm das war ein turm der auch sehr unsauber war da haben überall kaputte tauben gelegen die da zwar rein kamen aber nicht mehr raus also kam es durchs treppenhaus vor lauter kadavern gar nicht mehr durch dass wir dann gesagt haben jeder gehen wir nicht weiter dass es da nicht klappt sondern erst sehr viel später in irgendeinem anderen kirchturm wo er dann war da konnte ich dann hoch und mich hat das so fasziniert dass das für mich gab es dann ab dem zeitpunkt kein halten mehr und das war für ihn glaube ich schlimmer also er hat sich oft gewünscht er hätte die fresse gehalten sagen wir mal so weil er danach nicht mehr los wurde und er musste dann alle seine kumpels anrufen die auch fahrer waren um die zu fragen ob ich auf die kirche hoch gehen durfte nur hatte ich im gegensatz zu heute und heute gibt es ganz viele menschen die sich damit hobby mäßig beschäftigen die nennen sich dann kampanologen also ich nenne sie auch gerne romantiker mit aufnahmegeräten wobei mich immer die technische voraussetzung interessiert hat also muss ich auch dazu sagen also mich hat immer der technische aspekt fasziniert und ich weiß dass eine glocke aufzunehmen absoluter quatsch ist weil man die wahrnehmung von allen partial tönen nur leben kann wenn man dort ist wenn man vor ort ist und das hört und in dem moment muss man es in sich aufnehmen und diesen moment irgendwo im gedanken festhalten weil man kann das durch aufnehmen nicht reproduzieren das geht einfach nicht ich habe es oft genug versucht und stelle immer wieder fest dass eine aufnahme defizitär ist aber doch aber mit evil meint oder war ja aber das ist nicht dasselbe empfinden wenn du da davor bist das ist ja das ist ja bei jedem samplen so dann sagen wir einfach für mich keine keinen sinn gesehen die solche erschienen zu stellen weil ich mir einfach gesagt habe ich nehme das so wenn ich dort bin dann höre ich mir das ganz bewusst an und dann ist gut sonst also ich habe dann kam und die einzelnen glocken im vergleich dann hören und sagen die klingt ja so und die klingt so dass so ähnlich wie wenn auf dem handy guckt so will ich meine haarfarbe haben da war in dieser sendung jungen gegen alt irgendwie mal ein bischof da der gegen einen kleinen jungen angetreten ist der hat er noch einen ausgesehen der bischof wahrscheinlich unglaublich ja ja unglaublich der junge hat die welt weltweit von aufnahmen her hat der hier glocken beziehungsweise kirchen umgekehrt kirchen mit also glocken identifiziert und der bischof der war der hatte sich wohl vorbereitet aber er hat das also nicht nicht im ansatz geschafft nicht was man halt sagen muss was man halt sagen muss ich finde das sehr schön vor allen dingen ich habe mich zu der zeit immer wie ein alien geführt weil man mir immer das gefühl gab es gab es gibt sonst niemanden denen das interessiert und man konnte sich ja sagen wir mit den methoden von damals auch nicht unbedingt mit gleichgesinnten verbinden heute war ist das ganz einfach heute kannst du jedes geläutet das für mich übrigens auch von vorteil ich kann manchmal noch bevor ich in die kirche fahre schauen ob schon jemand gefilmt hat weil dann habe ich schon im ersten einbruch und weiche ungefähr was mich erwartet finde ich eigentlich praktisch früher habe ich mich eher gefühlt wie so ein alien war von meinen kumpels da hat es keinen interessiert glocken das ist ganz schön aber mitgehen würde ich jetzt nicht also bin ich allein gewesen damit und für mich hat es aber ausgereicht eine leidenschaft zu entwickeln die mich nie losgelassen hat und ich bin da auch sehr also das ist etwas bei dem bin ich drangeblieben da bin ich nie von abgewichen weil ich einfach gesagt habe ja das ist mein ding und das ist mein job und das werde ich machen und das will ich machen und ich werde noch rasten noch ruhen bis ich alles weiß was ein glockengießer selber an einer aus der dynastie auch weiß erst dann werde ich ruhe bist du teil der der community bist so zu sagen dass ich außerhalb einer dynastie das wissen einer dynastie erungen habe und ich bin darüber hinaus das klingt aber jetzt schon nach dem netflix plot irgendwie für eine fantasy serie aber ich könnte glocken gießen sagen ja ich bin als kind im sankt egidius in reda wienbrück bin ich hoch als messdiener und was mich wirklich gefangen hat das war die sind so diese archaische ruhe mit der diese glocken dahin so zumal es war gar nicht so dieses also es war diese eine unglaubliche körperlichkeit also also ich kam da hoch dann und dann ist halt die nur diese präsenz gewesen ich habe das also total total blöde wort ja sehr tief empfunden diese diese massigkeit dieser farbton den die oma das war ja auch staubig na und man muss es auch schon interessant weil es ist halt so die glocken patina bildet sich halt je nach umgebung es findet ja schon eine form von korrosion statt nur es ist kein rost sondern es ist entweder eine form von grün sparen oder eine art von abdunklung es ist nicht mal zwingend grün sparen also der muss sich gar nicht zwingend bilden also ich habe glocken gesehen die haben ewig lang ausgesehen wie am ersten tag und ich habe glocken gesehen die haben innerhalb vom ersten jahr eine komplette dunkle farbe bekommen die wirklichen abdunkeln mit der zeit aber faktisch ist die glocke ist gemacht für die ewigkeit aber sie ist nicht unbedingt auch erhaltbar für die ewigkeit sondern es wird durch den klöppel bestimmt weil der klöppel die glocke ermüdet mit der zeit weil es auch ein metall ist und wir nehmen sie durch ein schwingspiel war also schwingspiele sind die bewegungen so biegespiele im prinzip die glocke wird ja angeschlagen das heißt sie fängt an zu vibrieren und diese vibrationen setzen sich über die luft vor sonst würden wir sehr gar nicht gehören und diese bewegung führt aber letzten endes zum untergang die frage ist wie viel zeit können wir der glocke anschauen das ist die arbeit die stuhe und ist das doktor sein weil das ich finde es also das springt natürlich nach vorne nicht glocken doktor dass du eben an glocken etwas tust damit sie sozusagen diesen damit sie länger leben oder also hat man du kannst daran was tun also sie fangen ja anderen irgendwann mal nicht so ganz super mehr zu klingen man kann dann sagen sie wird alt das müssen wir jetzt ein bisschen aushalten oder man kann sagen ja wir machen ein bisschen lebensverlängende refreshings oder so also die glocken technik hat ja leider so auch dadurch dass sie so ein bisschen mystisch ist hat das leider auch noch viele firmen die auf diesem zug mitfahren dass man das gerne nebulös umschreibt von etwas wo man eigentlich weniger ahnung von hat haben also es ist so wie und das ist auch der grund warum ich die arbeit die ich jetzt tue also leidenschaftlich tue weil wir es auf einer wissenschaftlichen ebene tun indem wir versuchen transparent darzustellen was der wert dieser arbeit ist und was wir erreichen indem wir grundlagen schaffen also sprich zu sehen wir wissen jetzt wie eine ermüdungskurve für glocke aussieht und ich kann am klang aber auch an gewissen messtaten sehen wie eine glocke gesundheitlich da stehen was zu erwarten ist wie lange sie noch existiert aber diese werkzeuge haben wir entwickelt in den letzten 15 jahren das sind recht moderne werkzeuge die standen vorher gar nicht zur debatte die waren gar nicht existent weil die gesamte glockentechnik ist eigentlich irgendwo auf folgsformeln ist das irgendwo niedergeschrieben dass man sagen muss ja wenn ich einen glockenstuhl baue geh du heute mal zu einem zimmermann der baut dir einen glockenstuhl aber kann dir nicht unbedingt sagen wie die kraftübertragung in den versetzen aussieht nur die allein die technik die er anwendet die er gelernt hat dieses handwerk das er gelernt hat stellt sicher dass die kraftübertragung so funktioniert ohne dass er das nachrechnen muss weil einfach die verbindungen so geschaffen sind von ihrer art und weise dass sie das tun wir haben das im ingenieurswesen mal nachgerechnet diese ganzen mechanischen verbindungen gesehen haben ja im zimmermann der sind glockenstuhl baut kennt das nicht der kann das nicht rechnen aber er weiß wie er es bauen muss ungefähr und dass es dann hinkommt das weiß er aber er könnte es jetzt nicht auslegen er könnte es nicht nachweisen und so ist es eben auch dass man früher gesagt hat ja wenn ich den klöppel etwa vier prozent viereinhalb prozent von der glockenmasse massetechnisch ansiedelt und eine geeignete länge habe dass der dass der klöppel an der fixen stelle ansteht dann passt es dann wird der klöppel fliegen gläuten und regelmäßig anschlagen aber heute weiß man diese viereinhalb prozent diese vier prozentmasse sind zu viel die verkürzen die lebenszeit so stark dass wir innerhalb von einer lebenszeit die glocke nicht mehr da haben dafür sind die glocken einfach zu wertvoll und es sind ja teilweise noch glocken aus dem mittelalter da die sind auch nur deswegen noch da weil die bis zum zwanzigsten jahrhundert alle von hand geläutet wurden und nicht elektrisch das elektrische leuten war nicht immer ein segen oder ist auch nicht in allen fällen immer ein segen das einfach der faulheit geschuldet dass du sie in der gemeinde organisieren muss und den den oder diejenigen haben muss dies dann auch das ist so die haben waren natürlich in der richtung steht halt schon noch arbeit und auch entwicklungsbedarf das ist auch eine arbeit die wir zurzeit machen indem wir eben intelligente steuerungen entwickeln um auch die dass die das glocken leuten fortzuentwickeln und nicht nur auch bloßes hin und herziehen des klangkörpers zu beschränken aber der mensch versucht ja fortwährend die technik anzupassen nur sind wir bei der glockentechnik wiederum im nischen bereich das heißt entweder machst du es selbst und machst das auf deine kappe darauf warten dass es jemand anders macht darfst du nicht weil da weggnäste uralt dabei und so mit hilfen und wenn du jetzt merkst diese glocke kommt langsam ins alter was was machst du du sagst ja also man kann eigentlich nichts hinzutun man kann nur durch wegnehmen also mal den schleifen oder also ich muss ja eine glocke die jetzt als jahrhunderten leute zu dem tor nichts wegnehmen ja eben das ist ich würde ja sagen eine tonische korrektur würde man heute bei einer historischen glocke also früher hat man mittelalterliche glocken korrigiert wenn man moderne glocken dazu gekostet hat das hat man in 50er 60er jahren hat man solche sünden begangen glocken die 500 jahre geläutet haben zu korrigieren weil ich irgendeinen schrott gebaut habt ihr dazu nicht passt ja manchmal an die historischen glocken gegangen würden sich heute steinigen mit recht wirklich mit recht da muss ich sagen dann gießt ihr euer scheißdreck neu und es gibt halt firmen heute die dann noch tätig sind die einfach das nicht im griff haben auch weil sie die entwicklung mitgemacht haben sondern nur ihre alte rippe haben und nichts anderes gießen können als diese eine rippe und sobald sie davon abweichen sind sie irgendwo im nirvana also was machen sie sie gießen diese eine rippe die sie haben und verschandeln damit aber eigentlich ganze geläute eigentlich gehören die leute da nicht mehr hin heute muss ein gießer und das macht einen guten gießer aus das war sehr sehr konservativ da oder was denn dass das dass du da so rigoros die leute wegscheuchen willst sie sind die sie gießen ja weiter leider gottes ja ihre sie gießen ihre eine scheiß rippe und und scheißen den markt zu interessanter wird der markt inflation da ist genau da ist die nation ja aber da du sie nicht wirklich anpacken kannst erwärmst du die oder werden da also gesellschaftliche vor so leise was macht man denn da ist bis 2015 ist es bis dato so gewesen dass ein glockenschaden nur dann nachgewiesen werden konnte und angegangen werden konnte wenn dieser riss nach außen sichtbar war sprich wenn man ihn optisch mit einer farbeindringprüfung darstellen kann also nix röntgen oder so es würde auch gar nichts bringen also röntgen im turm wäre etwa so in der art als würde ich einen eine nadel im heuhaufen bringt nichts also hat man warten müssen bis der schaden wirklich durch war also war die glocke aber tot und dann konnte man was machen also dann musste ich aber dann warten das heißt der prozess der kann schleichend sein das kann jahre dauern und kann sagen man vermutet etwas man weiß es aber nicht und jetzt gibt es zum beispiel durch dieses probell den musikalischen fingerabdruck und dieser musikalische fingerabdruck ist eine spezielle audioaufnahme der partial töne innerhalb der glocke das heißt der prozess der kann schleichend sein das kann jahre dauern was denn jetzt hört mich denn was ist das ich höre mich selber ich hörte dich auch doppelt michael was machst du da was mache ich da ich mache nix was der musikalische fingerabdruck ist eine möglichkeit in einem recht einfachen verfahren auch kostengünstig einen markupunkt zu erstellen zu einem gewissen zeitpunkt um zu sehen ob die partialtöne der glocke aufspaltungen aufweisen oder nicht bei dem falle von der schädigung fangen sich die partialtöne an auf zu spalten und das kann ich durch eine aufnahme realisieren das kostet pro glocke etwa so 200 euro wenn ich das alle zehn jahre mache habe ich ein recht zuverlässiges monitoren dann weiß ich zum beispiel was geht oder ob eine verschlechterung stattfindet oder ob es gleich bleibt und kann dann entweder beruhigt sein oder muss handeln aber wenn ich jetzt merke es verschlechtert sich würde man in der heutigen zeit auch aus sicht der denkmalpflege eher nicht primär von der schweißung ausgehen wollen sondern in form dass man weiß der schaden ist noch im begriff zu wachsen und nicht vollkommen durch die glocke durch würde man versuchen das mit einem geeigneten klöppel zum stillstand zu bringen also mit minimalinvasiven maßnahmen da man den klöppel auch guten gewissens als verbrauchsmaterial sehen kann weil er ist ein einfaches bauteil was im vergleich zur glocke billig ist halt eben gewisses engineering braucht damit er auch eine gewisse wirkung hat aber er ist einfacher herzustellen als die glocke und somit ist das auch ein werkzeug das wir heute eigentlich anwenden und weggehen von dieser massenhaften schweißerei weil es gab wirklich jahrzehnte ab 1990 kann man wirklich sagen sind die zwei oder drei werke die europa überhaupt existieren die überhaupt schweiße diese glocken schweißen könnte so überlaufen waren dass die heillosen betroffen also eigentlich das keine lösungen und dann daraufhin hat man halt auch dieses probel gehabt und hat neben der art wie ich glocken schonen kann beim leuten auch herausgefunden wie ich ein monitoring gewährleisten kann und dies diese werkzeuge die haben wir heute zur verfügung und die geben auf basis von der nachvollziehbarkeit auch dem kunden eine gewisse transparenz dass man nicht ausgeliefert ist an irgendwelche experten die spezial gehör haben sondern die aufgrund von absolutwerten einen schaden feststellen können auf physikalische ebenen also im grunde sind wir ja jetzt schon auch so bei diesem gesellschaftlichen was passiert mit den glocken durch die wahrnehmung also da gibt es eben die 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 sorgfalt also wie was ihre was was das altern das material oder der glocke aber auch des klanges angeht wir haben aber auch so eine situation dass also die glocken heute ja nicht mehr einfach so in dieser zeit strukturierenden oder musikalischen oder feste konnotierenden weise wahrgenommen werden sondern also ich weiß dass da von von diesem ort in dem ich längere zeit lebte habe reda wienbrück das dann ebenso widerstand auftauchte nicht also das heißt also die glocken wurden als unangenehme schlafstörer oder so empfunden nicht also dass die so eine die 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 zeichen ja die präsenz von einer institution an erst mal erst mal sowieso sie waren stören insofern als du nicht weiter schlafen konntest aber sie waren natürlich auch zeichen einer in sich immer korrupter werdenden religiösen institution nicht also und das das ist schon so eine schwierigkeit also sie 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 fallen also mehr und mehr aus diesem gesellschaftlichen rahmen dass das finde ich aus eine ganz seltsame eine ist aber nur ein trugbild ein trugbild ein trugbild denn in wirklichkeit handelt es sich dabei immer um eine minderheit also ich habe dafür die letzten jahre ganz oft einen schönen ausdruck benutzt ich habe dann gesagt das ist die diktatur der minderheit mit der kirchgemeinden sich da herumschlagen und es ist halt so bei uns also ich kann es einfach für die schweiz sprechen weil ich glaube dass hier ja sage mal hier verfolge ist am ehesten bin ich ganz nah dran auch an gerichtsverfahren die stattfinden wo man teilweise dann auch expertisen sieht worum es genau geht und interessant ist erstmal dass es ganz oft braucht es dann erstmal die definition was stört denn jetzt genau der eine also meistens ist es der urschlag beim glockengeläut in der nacht gibt es ja bis auf silvester nicht und auch an der osternacht vielleicht um zehn uhr aber ein geläut in der nacht hat man in der regel ja nicht also um was geht es um den urschlag die die motzen die motzen gegen urschlag und das schlimme ist sobald eine uhr stehe ich ganz kurz nachfragen was der urschlag ist ist das wenn es zur vollen stunde schlägt oder zur halben stunde schlagen heißt eben auch die glocke schwingt nicht sondern sie wird seitlich von einem mechanischen hammer angeschlagen das heißt in der nacht also viertelstunde halb viertel vor volle stunde da ist hämmerschen an der seite das wird hochgehoben auf die glocke also dreimal ping 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 und dann kommt der volle glocken schlägt geläute bedeutet bewegung der glocke hat mit urschlag nichts zu tun also ist ja erst mal die technische definition wenn die leute die gleiche glocke oder was das ist egal aber die frage war es gibt es gibt auch welche die machen nur den urschlag und welche die machen nur das gläute da kannst du auch leuten und urschlag mit einer macht in der regel machen alle glocken alles kommt ja immer darauf an welchen urschlag du hast ja 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 es gibt leute die haben an jeder glocke ein hammer aber da ist auch jede glocke einzeln leute das ist eigentlich der normalfall und deswegen ist der unterschied zwischen den leuten und schlagen erstmal auch juristisch relevant also urschlag kann ich aber über nacht abstellen so wir haben geschäbt aber in der regel das ist der witz die breite masse die in akzeptanz und die sagt jawohl wir strukturieren uns immer noch daran mit dem zu bett gehen mit der orientierung in der nachtränke schlafen kann mit dem aufstehen teilweise mit einnahme von medikamenten die das vergessen weil das weg ist und die sind angeschissen und deswegen nenne ich das sehr gerne die diktatur der einer minderheit weil einfach die masse die breite masse hat in sag mal fast einheitlich eher das bedürfnis auf reden darum gehen sie in die diskussion mit den beschwerden und das das interessante ist ja die leute die beschweren die bezahlen die wollen ja dass du das ändert weil du bist ja schuld dass sie sich dass du sie stört obwohl sie wissentlich dass du da bist mit deiner kirche dahin gezogen sind das ist ja meistens so der theater fängt ja immer erst an nachdem leute wohin ziehen und es gab auch in den letzten jahren immer wieder kirchgemeinden die wohnraum geschaffen haben und die haben dann und die kennen das problem natürlich mittlerweile die sagen ja ich gebe dir gerne mietvertrag aber du unterschreibst mir dass du nichts gegen mein glockengeläut sagst und wenn ja hat es keine relevanz wenn du weißt es also ich habe in schloss keiner wurf gibt es eine kenne ich ja kennst du ich kenne also ich kenne ehemaligen kollegen aus einer glockenfirma der arbeitet heute als kurator bei den thüringischen schlössern und der beschäftigt sich unter anderem mit dem schloss kannerwurf ja ich ziehe ihn immer auf sagen ich werfe die kann er mal rüber ja also die schlicht durch und ich mag es wirklich also schlicht also tatsächlich die viertelstunden die stehe ich die vollen stunden und so und es gibt einen der da sich hier rührend rum kümmert der also für diese uhr da ist sie auch touristen zeigt und dann ein ganz liebenswerter mann ich freue mich immer wenn ich den welchen kommenden den sehr der star also eben meistens und also ich bin so dass ich die sozusagen nicht höre wenn ich aber wach werde und dann zähle ich tatsächlich die stunden mit also dann zähle ich also die stunden sehe ich die schläge mit ja dass das gefällt mir das ist eben eher so dass ich dann leichter oder wieder besser einschlafen danach wieder nicht als wenn ich ja die fremde totenstille um mich rum habe nicht also wo man einfach durch die dicken mauer nichts anderes hat also in der schweiz muss jede kirchengemeinde übrigens wenn es klagen gibt gilt das auch muss jede kirchengemeinde ja ihre eigenen urteile vor dem bundesgericht erstreiten heißt die kirchen es gab mal eine vorreiter kirchengemeinde am zürichsee die haben da ein urteil am bundesgericht erwirkt dass es in ordnung ist und dass sie nicht abschalten müssen aber dieses urteil gilt eben nur für die eine gemeinde und jede andere gemeinde muss separat und die meisten gehen halt nicht diesen harten weg also die eine gemeinde die hat gesagt ihr könnt mich mal am arsch lecken dieses gerichtsurteil ist bindend das bundesgericht hat gesagt das ist in ordnung also schlagen wir durch wir interessieren euch für eure meinung nicht und die anderen sagen nein wir machen wir machen wir machen etwas das wird das aufhören also die versuchen es aber ich kann dir sagen das hat in den letzten jahren so bizarre formen angenommen ich habe in einer kirche so eine maßnahme durchgeführt da war ich selbst mit meinem labormessgerät dran nach der installation die werte festzustellen die wir erreicht haben ja dann stand dieses arschloch mit seinem handy schon im garten und war mit einer irgendeinem app da am messen was er jetzt für ein schalldruck misst als wenn er das bezahlen müsste die kirchgemeinde hat das geld und ich weiß in diesem projekt sondern war es wirklich so dass die kirchgemeinde stellen gestrichen hat um diese maßnahmen durchzuführen also leute wurden nicht weiter beschäftigt um der den den meckerern eine arbeit da abzuliefern dass die das die beruhigen sollte ja und die leute haben undankbar reagiert na wie die leuten ja immer noch also richtig richtig unverschämt wo ich sagen muss also der also dieser dieser kirchenpfleger der diese arbeit forcieren hat wir hatten danach auch der handdruck geschmissen das war ein architekt er hat seine arbeit 20 jahre lang da in dieser kirchgemeinde gemacht aber wie dieser punkt erreicht war hat er gesagt legt mich alle am arsch und ich verstanden ihn verstanden ich habe ihn sehr gut verstanden also ein klärendes urteil das ist schon was wert als ich weiß dass also in sachen kinderlärm das war auch längere zeit umstritten und wir haben gegenüber einem kindergarten gewohnt und es gab immer wieder nachbarn die sich gegen diesen kindergarten auf lehnten weil da eben kinder weil kinder da sind ja kinderlärm weil kinder da sind nicht und ich habe habe es und eine andere sache in bielefeld habe ich es erlebt da war ich bei freunden abends das kind schrie und da stand auf einmal ein eine nachbarin vor der tür und sagte stellen sie das kind endlich ab und er wirklich und da war eben zu der zeit eben in beiden fällen klar es gab ein urteil dass kinder kein lärm sind das heißt also oder lärm machen dürfen oder oder dass sie es lärm machen dürfen also was anderes als ein pressluchter machen so sieg ist ja auch lärm ja und auf jeden fall für kinder gilt galt das eben nicht mehr und das war so befreiend dass man der frau dann sage ich ja nicht sondern der vater dann der frau mitgeteilt hat das ist bitte vor der tür verschwindet nicht also so eine und und bei uns hat es ja auch niemand geschafft irgendwie dem kindergarten etwas aufzuerlegen und so finde ich das also ist für solche ist schwieriger für die gemeinden weil also glaube ich kirche insgesamt auch in einer in eine sehr sehr fragwürdige problematische nachteilige dumme skandalöse situation gerutscht ist nicht also das hier verbindet sich miteinander leichter me to schreibt namen zusammen und namen zusammen ja hallo light to me to sie ist im im chat von youtube oder wie ist das ja also oben dieses beispiel zeigt übrigens diese farbeindring prüfung übrigens ein schweizer beispiel aus der romandie das war ein projekt aus 2011 oder 2012 wo es um eine glocke ging wo der riss wirklich bis nach außen ging und sieht man da diese zwei farben einmal diesen fixateur und diese diese rote farbe die eigentlich dann diesen diesen riss darstellt der man erstmal aussägen müsste oder aussägen muss die glocke hat man dann geschweißt sprich man hat sie müssen abnehmen vom turm denn für das schweißverfahren muss die glocke selbst spannungsfrei sein und diese spannungsfreiheit wird erreicht durch eine temperierung von 500 grad die in einem ofen also man baut einen ofen um die glocke deswegen nimmt man sie aus diesem holz glockenstuhl heraus aus dem turm weil würde man da oben den ofen installieren wird der ganze tor mit namen steht also das ist macht dann die arbeit dass ich muss diese glocke aus dem turm nehmen und interessanterweise ist das schweißverfahren dass da angewendet wurde ein schweißverfahren dass man vom edelstahl erkennt ein sogenanntes weg schweißverfahren also regulär aus schweiß und schutzgas ja man sagt den riss im prinzip mit dem mit dem winkel schleifer aus also diese diese stelle da wieder rot ist die sägt man mit der flex aus man muss dann mühsam berg auf diesen riss aufschweißen ja im ofen während praktisch die glocke 500 grad hat und danach wird sie langsam auskühlen gelassen aber eine material differenz entsteht dadurch auf jeden fall mit das ist so dass das lohnt also dass das schweiß lohnt was man da einbringt muss die gleiche konsistenz haben wie das vergossen metal also das heißt man ist darauf angewiesen dass man dann auch entsprechend material produzieren muss für die reparatur weil das jetzt nicht einfach eine andere bronze nehmen du musst eine bronze von der gleichen qualität haben wir hatten auch schon situationen wo zum beispiel aufhängungen also die aufhängung der glocke wird ja durch eine durch eine separate form gewährleistet die auf der glocke form festgeschnallt wird die sogenannte kronenform und es gibt fälle da ist es nicht klar war gab es ein guss fehler also war diese krone nie hundertprozentig fest oder ist durch mechanische beeinflussung und schaden entstanden und das ist ein diskurs den habe ich im letzten und vorletzten jahr habe ich diesen diskurs wenn der kirchengemeinde geführt einer historischen glocke in dem ich gesagt habe leute es ist nicht eindeutig woher euer schaden rührt er ist nicht eindeutig ein guss fehler aus der herstellungszeit er ist vermutlich gewachsen und jetzt ging es darum das zu beheben gesagt okay dann müssen wir ausschließen dass es durch zeit entstanden ist also dass es sich nicht um ein guss fehler handelt sondern durch eine belastung die falsch war hier war eine frage noch im chat wer kann da was mit anfangen unter wasser chor challenge was ja da hat der frateleid to me to me mit dem tintenfisch und einer sogenannten glocke und ich habe noch nichts davon gehört bei tintenfischen aber mir ist dann irgendwie die frage eingefallen was hat wahrscheinlich mit gar nichts zu tun eine abgeertrage in form einer glocke ja mit wasser und glocke fällt mir ein dass ich eine performance gesehen habe wo sie eine glocke im schwimmbad aufgebaut haben die sie mit zwei leuten glaube ich war das in schwingung versetzt haben dann haben sie dieses schwimmbecken langsam gefüllt so dass also das wasser und die glocke sozusagen zusammen nochmal interagiert haben bis die glocke völlig unter was aber nicht also das fand ich auch war es der borger glocke dass ich erinnere mich nur noch an diese bilder aber das lässt sich bestimmte recherchieren also es war wahnsinn also es war wirklich abgesehen allein dieses wie die unter wasser gegen nicht das man hat ja auch also ich meine hänger hänger vorstellen wie dieses mit den stauseen nicht wohl die ganze dörfer nicht wo man dann sagt ja die glocke hört man noch leuten so nicht also so es gibt also da ich habe da massenhafte assoziationen zu also ich habe mich ja interessanterweise war nicht in stauseen aber das ist mit stauseen nicht anders gewesen wie mit den dörfern im tagebau also das ist ja heute wieder in aller munde ja auf der anderen seite weiß ich aber die umsiedlung von dörfern im tagebau in dem aachener raum die hat ja lange tradition also die rheinbraun die hat ja im prinzip ganze ganze siedlungen ganze dörfer umgesiedelt also ich finde das zwar auch ein wahnsinn wenn man das mal betrachtet wie groß die löcher da sind in der landschaft aber wir hatten damals der zeit zu der ich aktiv war wurde eben in den und altdorf umgelegt und dann hat man halt da eine neue also aus inden und altdorf hat man neu inden gebaut man hat in neu inden eine neue kirche gebaut in dem die geläute beider kirchen vereinigt wurden in sehr moderne große neue kirche mit zusätzlichen glocken also insgesamt acht glocken haben die nachher gehabt in dem momentan immer noch aber ist natürlich angesichts der zeit wenn man das so sieht dass kohle eigentlich verpönt ist und dann auf der anderen seite stellt man wieder fest ja mittlerweile merkt man durch die energiewenden oder die die sachen die man voran treiben will braucht man die energie und die rwe macht lustig weiter und heute diese aufschreie die haben wir in den 90er jahren als das wirklich im großen stil lief hast du hast nichts gespürt dass da irgendjemand amok lief weil man diese dörfer umgesiedelt hat und die ganzen geläute und die ganzen glocken umgesetzt hat also das sind ganz also ozenrad wo ich früher ein und ausging beim menschen glatt das gibt es alles nicht mehr das ist heute ein riesiges loch war eine andere zeit also es hatte sozusagen so wie der autoverkehr den man ja unheimlich unheimliches opfert und auch geopfert hat das war ebenso aber dass die sellschaft dass so einen konsens gab was was man was die gesellschaft bereit ist zu opfern nicht und das war dann für diese frage ob man damit irgendwann sagen muss rein braun oder macht euren laden zu wir brauchen keine kohle mehr wir schalten dann muss ich auch kein dorf mehr weg wagen ja ja aber solange man das ist heute ist es so man will es so also heute hat sich konzentriert sich das auf diesen großen energie produzenten nicht da ist immer noch dieses so wir wollen es so dann kriegen sie inzwischen widerstand dann gibt es kompromisse dann gibt es also wer weiß was und da gibt es natürlich immer noch das macht argument wir sind die energie und also so denke ich also die heute merken sie dass sie es nicht mehr so einfach können was ich also eben auch wichtig finde nicht dass das auf der anderen seite es ist nur die die diese diese unterschied früher hat das kein schwanz interessiert das hätten ja von anfang an können leute auf die barrikaden gehen ja aber wenn du mal guckst wenn du also ich habe gestern mal kurz reingeguckt auf welt tv und so und da hatte ich irgendwie das gefühl die ganzen aktivisten die ist das sind eigentlich alles kameraleute alle sind am filmen irgendwie aber ist natürlich so auch diese diese art von arbeit hat den glockengießern arbeit beschert die umsiedlung von kirchen war natürlich zu brot auch für uns also so und so gesehen darf ich als unternehmer da nicht nur hingegen sein ja habt ihr keine wertschöpfungskette aber da ich sage ich mal mit meinem geschäft eher in der gegensitze wo ich da nicht zum zuge kommen kann ich strömisch drüber lecker kommen nämlich sowieso nicht zum zuge ja und was hat das jetzt mit inflation zu tun weiß ich auch inflation natürlich als inflation so schweiz der die schweiz ist halten hoch als land wir können unsere waren also vor der euro krise konnten wir unsere waren in deutschland noch relativ gut absetzen das sagt man daran gesehen dass wir dann auch projekte in deutschland gemacht haben und die dann auch realisiert werden konnten aber mittlerweile heißt der ist der franken so teuer dass es halt für den armen euro nicht mehr nicht mehr leistbar ist ja das ist die gegenseite davon ohne romanzen keine finanz ne ohne ohne finanzen keine romanzen so muss aus ich finde noch einen anderen aspekt irgendwie sehr interessant und wenn das jetzt auch einfach nur von dem wie sich so entwickelt hat diese glocke in so einem ort in so einem dorf als irgendwie mit so einem glockenturm als orientierung für die gemeinschaft ja die hat ja auch gewarnt vor irgendwelchen dingen das ist dann so abgelöst worden von der sirene und ich finde es interessant dass es diesen also dass das so eine so eine minderheit oder ein einzelner gegen so eine orientierung für eine gemeinschaft sei sie nun irgendwie religiös oder sonst dorfgemeinschaft oder wie auch immer auf jeden fall so eine so einen gewachsenen orientierungspunkt etwas vornehmen kann also das wusste ich gar nicht bin jetzt ganz ganz hellhörig geworden und wird das noch mal ein bisschen weiter verfolgt die aufgaben des türmers zum beispiel also das ist zum beispiel wenn es in münster die stelle des türmers nimmt auf der lamberti kirche das sind heute sind das teilweise blogger also die letzte künstlerin die da oben gewohnt hat die sich auf den sozialen medien verbreitet hat das war eine glaube ich eine aus holland stämmige frau die als türmerin in münster gearbeitet und angestellt war ja die hat vom turm aus geblockt und ihre aufgabe war zur abendstunde musste sie zu festen zeiten dass die aufgabe des türmers nach wie vor es gibt diese stelle glaube ich auch noch ein horn blasen die haben so ein historisches horn in münster das wird von der lamberti kirche ab 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 dunkelheit wird das geblasen über die stadt und dann ganz kurz die nachfrage ist die lamberti kirche diejenige die den käfig an der seite hatte die täufer drin gesessen haben die wieder täufer drin ja genau okay dann weiß ich genau wo die verbindung ist okay super danke und oben auf also oben wo der türmer steht überhalb der glockenstube da hängt auch noch eine glocke das ist die feuerglocke und das ist eben auch eine glocke aus dem dreizehnten jahrhundert das ist eine sehr alte glocke die einzeln da aufgehängt ist und kann auch nur händisch geläutet werden und die wird auch für den einsatz auch nur vom türmer geläutet okay aufgaben des türmers und das finde ich noch sehr interessant weil es gibt nur noch ganz wenige türme in deutschland ja ein türmer leisten die andere gemeinde die bekannt ist ist der daniel das nennt sich dieser glockenturm und der befindet sich in nördlingen in bayern nördlingen hat vor allen dingen da einen namen weil es da eine der wenigen glockenschweiß werke immer gab aber in diesem danielsturm gibt es eben auch einen gibt es zwei türme also die wechseln sich ab das heißt die schlafen auch da oben da gibt es auch eine schlafstube im fall von nördlingen und die müssen eben auch am abend vom turm rufen und das ist so historischer ruf leute geht nach hause ist es so und so spät hat einen historischen bezug weil irgendwann mal jemand heimlich durch die stadt tore eingefallen war zu spät abendstunde dieser brauch wird bis heute aber durchgezogen dafür haben die diese türmer stelle der meldet dann auch wetterdaten an die wetter stelle zum beispiel unter anderem aber das gehört zur aufgabe des türmers und zur aufgabe des türmers gehörte auch zu schauen in welche richtung in der stadt ein feuer ausbrach das war die historische bedeutung und eine flagge zu hängen in die richtung in der die feuerwehr rennen sollte und entsprechend die glocke zu läuten und eine weitere glockenfunktion die der türmer auch ausübte war die sogenannte wetterglocke das heißt wenn ein unwetter wie gewitter drohte was eben dann auch zu blitzeinschlägen und brennen führen konnte hat man aus religiösen gründen gedacht wenn man diese wetterglocke läutet kann man die bösen götter sage ich mal man kann die dämonen vertreiben und das böse weiter vertreiben und dieser brauch hat sich in richtung alpen hat er sich noch so einigermaßen gehalten da gibt es teilweise des wetter leuten noch aber das ist nicht mehr so verbreitet okay ja aber worin unterscheidet also wenn das mit diesen traditionen der türmer das kannte ich jetzt so nicht mich erinnert das so ein bisschen an minarett also wo jemand oben steht und dann macht da finde ich da gibt es irgendwie könnte ich so assoziativ irgendwie so ähnlichkeiten empfinden und es gab ja auch schon so künstlerische aktionen eben die von türmen wir zum beispiel in groß münster in zürich so minarett ähnliche gesänge haben spielen lassen mit mikrofonen und das um die um diese ähnlichkeit oder dass das das verwandte hervorzunehmen vor drei oder vier jahren gab es in st gallen großes projekt du alles innen also alle kirchen um st gallen und in st gallen herum ja zu einem großen konzert also der symphonie komponiert wurden auf basis der vorhandenen glockentöne ja jedem turm installationen vorgenommen wurden aber teilweise auch leute vorhanden waren um dann diese symphonie zu spielen auf den glocken und es gab auch eine ähnliche perkursive performance in halberstadt und da hat man es dann geschafft wenn man die glocken mit normalen schmiede hermann traktiert hat ja historische glocken kaputt zu schlagen während des konzerts wie mit so einem mit so einem mit so einem also mit so einem holz und so eine chinesische pressware ja okay alles klar aber es erscheint mir auch ein bisschen gefährlich weil das ja das spittert doch im wild vor allen dingen sind vorschlag hämmer nicht wirklich geeignet um auf glockenheit zu haben das kann ich mir schon vor ja aber man hält ja immer also das widerlegt halt das dass nicht alles kunst ist sondern manchmal kann kunst eben auch zerstörerisch sein ja das ist ganz schwierig von vandalismus abzugrenzen ja 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 haben wir immer da haben wir immer schon ja ja das waren wir immer für einmal schon unser thema das begleitet uns sagen muss ich habe hier des kunsthocs wo wir auch wissen wie schnell man zum terroristen wird alberstadt hat da so ein bisschen auch auch glaube ich ein gespaltenes verhältnis denn die hatten extrem viel pech eine halber stadt hat man versucht das war so die erste kirchgemeinde wo man das noch mal aufleben lassen auferleben gelassen hat das war ein projekt das lief im jahr 1999 und zwar ging es darum glocken die große domglocke so wie es früher war deswegen haben wir hatten über erfurt gesprochen dann sind wir noch mal abgeschreift da hat man gefragt wie hat man früher so große glocken in den turm überhaupt gebracht genau für meine ganz naive frage die wurden ja bestimmt auch gestohlen ich meine bei so kriegszügen oder bestimmter so eine glocke auch mitgenommen als also so interessant ist einfach ich habe mal einen aufsatz geschrieben über die gloriosa eben über diese eine glocke weil sie gilt als die schönste und klang schönste also die beste glocke die je gegossen wurde die ist die größte glocke vom erfurter dom hat ein gewicht von knapp zwölf tonnen und wird so wurde 1498 vom holländer gert von wau gegossen und die diese glocke hatte auch vorgänger glocken die jeweils auch gloriosa hießen und jeweils durch etwaige entweder durch einen sprung oder durch eine feuersepidemie sind die vor glocken zum opfer gefallen so dass die gloriosa im grunde genommen eine glocke von vielen war die heute noch erhalten ist und diese glocke wurde eben nach alter tradition dass er dieser gert von wau hat etwa nicht seine glocke in holland gebossen wo er herkam sondern dieser mann war ein reisender und die glockengießer waren wanderer und haben ihre glocken aufgrund der großen masse die sie teilweise hatten vor ort gießen müssen das heißt dass was man für den glockenguss braucht diese werkzeuge die der glockengießer an sich hat sind sehr sage ich mal handlich und die passen auf einen pferdewagen das sperrigste was er hat sind seine formen für die inschriften das war das sperrigste alles andere ist relativ einfach vor ort zu beschaffen und zu bauen so war es auch mit den mit den wau glocken die in erfurt hingen zum zeitpunkt der fertigung der gloriosa mit ihren zwölf tonnen war das domgewölbe noch nicht vollendet das heißt das gewölbe war offen und jede gotische oder romanische kathedrale wenn du da mal wirklich hinkommst an die orte an der die öffentlichkeit nicht hin kommt in manchen orten gibt es noch also ich weiß in frieburg in der kathedrale st nikolaus im üftland da gibt es das noch in erfurt gibt es glaube ich auch noch und zwar ein riesiges hamsterrad in dem menschen gelaufen sind und mit diesem hamsterrad aus holz hat man die glocken mit übersetzungen und flaschenzügen nach oben und so genau so hat man das gemacht ist interessant weil es gab ja auch im mittelalter diese wie so mührräder oder hamsterräder die fürs lesen genutzt wurden da lagen so die aufgeschlagenen bücher drauf ist hat man so umgedreht also mit dieser mit dieser mührrad ähnlichen mechanik hat man anscheinend viel in bewegung gesetzt und ja umsetzen kann ja das ist auch so und so hat man die glocken auch hochgebracht so auch die gloriosa und wir waren bei halber stadt und da hat man das wollen aufleben lassen diesen ritus der reisenden glockengießer und wollte die größte domglocke in form eines glockengusses vor ort realisieren und das war damals so brachial und neu dass unsere leute aus unserer gießerei extra dahin gefahren sind um dem beizuwohnen ja zu sehen die waren gar nicht beteiligt aber die wollten das sehen eine andere firma die idee hatte ja wir machen eine gussgrube vor dem dom und gießen dann die große domglocke die den schönen namen domina hat domina in dem dom ja ja das habe ich schon verstanden das ist auch ein bisschen mehr deutlich jetzt das blenden wir jetzt aus das führen wir auch nicht auf deine farbe zurück und die domina wurde gegossen auch unter beiseite ist natürlich ein riesiges ereignis das so nicht reproduziere ist das war glaube ich auch wissen wir das wissen das ist aber auch glaube ich ihr schicksal gewesen denn es ist ein problem aufgetreten was bei guss von großglocken gerne passiert das ist in unserer firma auch leider passiert bei einem großauftrag dass die form und nicht ganz dicht war und dementsprechend material während des gusses ausgetreten ist und auch das material das wurde nicht vor ort geschmolzen sondern es wurde in einer gießerei geschmolzen und wurde in dem tiegel vor ort gefahren jetzt könnte man annehmen das material sei schon zu erkalt gewesen aber es war genau umgekehrt es war zu heiß und genau weil es zu heiß war es ist unten rausgelaufen und hat dazu geführt dass letzten endes die form nicht ganz gefüllt war und führte halt dazu dass die krone nicht vollständig ausgebildet werden konnte als aufhängung und hatte dann schon mal das erste problem nach am auspacken war klar die krone zur aufhängung allein konnte nicht herangezogen werden das heißt man musste die glocke wenn man sie montieren wollte musste man sie durchsporen jetzt ist da aber vermutlich auch noch was anderes passiert denn die glocke ist über den ganzen ton verrutscht und hatte einen sehr eigentümlichen klang was was eigentlich den verdacht nahe legt dass da auch lunker drin waren was sind denn noch mal genau lunker das musst du noch mal sagen lunker sind fremdbestandteile wie luftraten die sich im metall bilden können ja dann sagt man nach das ist also fremdbestandteile reingelurkt haben alles klar sind fremdbestandteile reingekommen die nicht rein sollten ja und man hat aber auf dem grund normalerweise wäre diese glocke bei einer abnahme durchgefallen man hat aber gesagt wir können das nicht reproduzieren und wir nehmen sie wie sie ist und behängen sie so auf und ich bin glücklicherweise habe ich irgendwann es gab eine einzige aufnahme die ich mal gefunden habe wo diese glocke solistisch dran war mit ein paar schlägen solistisch und diese aufnahme habe ich dann mal hintereinander gelegt dass man überhaupt meine solistische aufnahme dieser glocke hören konnte weil die hat immer nur mit geläutet und drunter mit anderen glocken nie allein und die deswegen ist diese aufnahme auch so wertvoll denn vor vier jahren und das wusste man schon eher man wusste das aber es wurde nicht publiziert dass diese glocke kaputt war sie war sie war schon viel länger kaputt nur jetzt ist es offiziell und jetzt ist man so weit dass man zum beispiel sagt jawohl wir stellen die glocke auf den domplatz und machen da ein kunstobjekt raus wir machen noch mal die gussgrube hin weil die gussgrube ist mittlerweile weg ich war danach in halberstadt und habe dann gedacht ich könnte mir diese gussgrube noch angucken aber die war nicht mehr da man plant jetzt aber praktisch eine plastik wo die gussgrube noch mal dargestellt wird und obendrauf auf einem ständer soll dann die kaputte glocke setzen und jetzt überlegt man genau diese glocke wieder neu gießen zu lassen aber dieses projekt ist noch nicht gestemmt also das ist noch in den sternen im moment hängt eine kaputte glocke im turm und kann nicht geläutet werden das ist der status quo und da ist halberstadt natürlich geprellt weil zum einen gab es diesen schaden durch diese kunst installation und jetzt ist diese diese glocke die man mit großem taramtamtam gegossen hat leider auch kaputt aber eigentlich ist das etwas gewesen was vermeidbar gewesen wäre hätte man damals die regeln angewendet die normal für glocken gelten ja die man eigentlich auch schon mit chillers glocke und dem gedicht auswendig gelernt hat es ungefähr in der zweiten grundschulklasse oder dritte glocke nicht akzeptiert werden kann die ganzen ton verrutscht ist diese regel gibt es erst ab diesem jahrhundert aber auch so oder ist es doch nicht so festgefügt okay alles klar also da hat natürlich der sachverständige schon noch einen gewissen spielraum wenn er also sieht da kommt er nicht gegen anderen fügt er sich natürlich klar letzten endes war es ein konsens man hat gesagt man kann sich reproduzieren ich kann es auch in einer gewissen weise verstehen aber die situation war auch die dass sich alle leute dachten die glocke hält wenigstens 20 30 jahre sie hat jetzt gerade mal 20 jahre hat das mit der frieden gehalten aber ich habe ich habe irgendwo gelesen dass sie dass sie normalerweise 300 jahre halten ja ja kommt aber ich habe gesagt es kommt darauf an wie benutze ich die wenn ich eine glocke von hand leute sind auch 800 jahre also die älteste glocke die in der schweiz leute ja auch gegossen bei rütschi in 1367 und die hängt in form der barbara glocke in freiburg in der kathedrale sankt nikolaus und läutet nach wie vor zwei tonnen gewicht also das ist keine kleine glocke es ist noch eine relativ große glocke und sie ist uralt und daher gilt unsere gießerei auch die als als mit als eine der ältesten firmen die in der schweiz überhaupt existenz das ist ja alles voll interessant da fällt mir ein ich muss einfach fragen so ein türmer ist doch eigentlich auch so ein glöckner so von notre dame und so wie man das so kennt ja die aufgaben hat der türme auch erfüllt gibt es denn heute noch viele türmer oder glöckner eben nicht also es gibt jetzt diese diese wenigen öffentlichen stellen muss eben genau die sind mir bekannt und alles andere wüsste ich jetzt auch pauschal nicht es gibt so turmbläser ja das ist kein türmer der türmer wurde natürlich zu opfer der modernen technik geopfert hat der laut computer schon sehr sehr früh zugeschlagen aber ich meine das ist ja auch mir fällt sofort dieser glöckner von notre dame an der auch körperlich beeinträchtigt war handikappiert und so und das ist ja auch wirklich das ist ja irgendwie auch so bestimmt nicht sollen also zwiespältige sachen angelegenheit aber gut da geht es natürlich auch um um die man ja und geht um zuneigung um ausgestürzt und ausgestoßen sein ja noch ganz andere größen mit drin in dieser geschichte ja aber man hat natürlich leute das also ich würde nicht mal klar dass fantasterei ist sondern dass man wirklich leute früher hatte die man behinderte menschen hatte die hat man ja eher versteckt und dass man die dann irgendwo im kirchturm gesteckt hat und da gesagt hat du machst diese arbeit da glaube ich ohne weiteres ja wobei dann aber wirklich dann frage dieses in den turmsperren dazu gibt es ja auch so diese parallele zu diesem elfenbeinturm und ja im turm als gefängnis ja das ist irgendwie ist nicht so ganz aufgereift sag mal wir bedeuten wir begegnen in turmen heute kaum noch ruckliger also mir ist noch keiner begegnet ja das ist auch ein bisschen ich meine da diese holzstiegen hochsteigen und diese oder diese was sind das in so spiraligen stein veräßt ja man kommt ja auch nicht so ganz leicht hoch man muss schon ein bisschen fit sein also das ist ja das schöne an unserem beruf wir kommen immer in die körperliche ertüchtigung denn die glocken hängen nie im keller dass das immer das schöne dass die leute weiß man da kommt die leute versuchen einem immer zu erklären dass man hoch geben muss und dann sage ich ja ja ich habe noch nie glocken im keller gefunden habe das nur einmal geschafft einem das zu verkaufen ist die glocken im keller sein und zwar war das eine montage im saarland hatten wir so einen ganz bösartigen messner also der konnte uns monteure überhaupt nicht ausstehen und dann war der moment gekommen dass der glockenstuhl fertiggestellt war und dann hieß es nach der mittagspause kommt der kran und dann werden die glocken hochgehoben und werden in den turm gehangen jetzt ist es aber bei kran firmen so die uhr läuft ab dem moment wo der kran auf den hof fährt und die kran fahrer haben ihre eigene mentalität also die richten sich dann wenn die früher an sind sind die auch früher da ist der küster ist dann in den mittag gegangen und fünf minuten später stand der kran da und ja dann haben wir angefangen die glocken zu ziehen und als der mann zurückkam war der kran schon wieder weg also der war auch gar nicht mehr da und dann hat das über den hof geguckt ja wo sind die glocken die sind im keller da ist er wirklich in den keller gegangen und dann hat er im keller gemerkt die hängen am siemens lufthaken aber und dann ist es ihm eingefallen dass der kran gekommen sein könnte und alles vorbei ist und ich habe jetzt noch mal eine technische frage wo ich das dazu ich überblicke dass jetzt an der seite mit den kirchtürmen und so ne gibt es denn auch glocken wo das seil an diesem klöppel befestigt ist oder sind ist es immer aus dass ich die ganze glocke so schwinge es kommt auf die kultur an ich habe in russland der klöppel angebunden und wird nur an die glocke gezogen das ist eine russische tradition in der orthodoxen kirche also die schwingende leute nicht okay und es gibt varianten des klöppelfangs also dass der klöppel eigentlich immer ins volle läutet sprich es gibt kein anleuten oder ableuten wie man das so kennt dass man erst mal die glocke in bewegung setzen muss und dass der klöppel dann eben auch mit anschlägt und dass das so hoch läutet das macht man in den alpen anders durch klöppelfänger dass man den klöppel arretiert das kann elektromechanisch geschehen aber bei kirchen ohne leutmaschinen macht man das mit dem seil mit einem art lasso sehr abenteuerlich das gibt es noch ganz wenige gemeinden die das haben weil einfach die leute die das können die sterben einfach aus das wäre doch irgendwann ganz verschwinden und wird dann ganz am klöppelfänger festgemacht sein aber das ist der klöppelfänger ist nachher einfach wiederum eine technische vorrechte ich ja das ist ja hochspannend man mit dem zuhören ergeben sich also anstatt dass man irgendwie denkt ja ja so eine glocke ergeben sich viele varianten und was mich ich war ja noch nie so richtig in so einem glockenturm auch noch nie so direkt an seiner glocke ich habe erdenken mir aber wenn so ein riesiges tonnen schweres ding anfängt zu in schwingungen zu geraten und einen ton abzugeben überspannt das nicht mein kleines trommelfell hier am ohr es gibt ein krimi wo die der mord dadurch geschieht dass also jemand neben einer glocke angebunden wird und dann also durch den durch den ich hätte mir den perfekten mord eigentlich so vorgestellt dass ich jemanden heimlich in meinem großofen werden als dieses besagte fremdmaterial wobei ich wieder den begriff vergessen habe vorher würde ich ja die schlacke abziehen bevor du mir in die form fließt hätte ich dich schon abgezogen also beim stichwort turm beim vorhin ja auch von der weiß woher also eben diese das türme ja auch dazu dienten also einzusperren und da fiel mir dann dann ein die ja also es gab zum beispiel hexentürme gab es ja boxtürme so genannte boxtürme und da über den gedankensprung kam das dann dass ich dachte glocken sie doch auch irgendwie erotische symbole also sie haben doch auch etwas also das finde ich überhaupt nicht das christian kommt immer zu kleinen glöckchen also die erotik daran ist mir ich sag mal bis auf die kreuze diesen glockenstuhl gibt wo man jemanden anbinden kann in richtung ich sag mal etwas härterer praktiken noch nicht so als in im rotischen sinne in den sinn gekommen aber schön dass du so fantasien hast andreas ja ich denke auch also ich nenne das transzendental erotik ja aber ich meine der schwengel ist ja dann auch so zu platt das heißt klöppel klöppel umso schlimmer und nicht jeder schwengel ist auch ein klöppel du weißt manchmal ist der zahl kürzer als die glocke lang sind ja 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 irgendwie also ich meine das ist natürlich der sehr genaue sprung raus aus dem sakralen gar nicht raus aus dem der nick name wird ja sehr oft damit auch also es gab eine ganze zeit da haben dann die leute viel über meinen namen philosophiert und alle bringen mich immer in die nähe von irgendwelchen trüsten oder hoden obwohl ich mit beiden nicht zum mut habe ach so da habe ich jetzt gerade mal nicht dran gedacht das muss auch zu geben oder nein es sind vorstellungen die im schwanger und und schwanger im schwanger sein ist ja auch also sagen wir mal so als hat schwingen zu tun ist der glocke und gießer eher ein sehr edler beruf weil er einfach sehr viel es bedeutet wenn du das kannst hast du eine hohe fertigkeit also ich will jetzt nicht so ein kontra marketing machen nicht sondern als ich will nur darauf hinweisen dass da auch noch mal eine bedeutungsebene ist ja wenn ihr sagt sie ist nicht möglich ist jeder doch möglich also ich sehe das aber was einfach was erotik erotik also erotik ist ja nicht mal unbedingt sex sondern ist ja das ist ja das genau dieses entströmen von sonntag susen sonntag kann man da susen sonntag zum beispiel die erklärt das was was du da meinst oder transzendental erotik transzendental erotik im himmelswellen leute 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 also ihr habt da diesen post von glockendoktor von zwei tagen gelesen da schreibt er dann rammelburg dort wurden sicher rüstungen mit smirnippeln im hüftbereich erfunden wahrscheinlich geht darauf ein ich sehe das schon das ist alles ja war es auch bezug auf maschinenbau also ich sag mal die rüstungen die haben ja gequetscht ja dafür gab es aber doch auch fette und öle deswegen sage ich schmier nippel ja 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 alles klar ich habe das absöde fensterchen so ein klein bisschen aufgemacht jetzt müsste es aber auch nicht total ausweiten kannst du mir mal bitte den keks darüber geben mit der mandel und der schokolade ich könnte so eine ecke einen schaum kennt ihr eigentlich diese tradition glöckenguss also die normal aufgegessen kennt ihr überhaupt die wichtigste tradition nach einem glöckenguss nach einem erfolgreichen glöckenguss ein saufen genau gießen in alkoholische form da wurde dann immer danach mindestens ein zwei flaschen schnapps gestiftet wieder rumgingen und dann wurde dann auch das innere desinfiziert von dem dreck dass man über die ganzen stunden eingeatmet hat staublunge also dieser glockengießer müssen praktisch immer raucher sein weil ansonsten kommen sie gar nicht dagegen an in den dreck in dem sie arbeiten weil sie sie arbeiten ja nicht in einem staubfreien raum das dürfte ja nicht mal also das ist also eher hardcore und da kommt der grieße der meine industrie gearbeitet hat weiß dass weil ich sag mal egal ob das jetzt lehnguss ist oder ob das sandguss ist im sandguss hast du es in jedem fall weil sandguss heißt also von keks fluten also gefantasie ich jeden fall also man nennt das vielte raum wie nennt man das schweineöhrchen schweineöhrchen genau ja ist man denn wenn man dem bereich arbeitet ist man dann eigentlich nicht aus so dieser religiösität ist man dann nicht ausgeliefert das heißt du kannst auch als moslem als kirchendoktor arbeiten wenn du willst also wir haben interessanterweise ist unser sag mal unser schlager und unser chef schlosser in der werkstatt ist muslim naja da wird ja schon voll getrennt also und interessanterweise ist das auch der mann der die glocken tonal korrigiert und er tut das nicht auf ebene von emotionalität sondern auf ebene von physikalischen messleiten ja das ist ja genau die andere turm lang quelle nicht also dass eben der mucien ruft er ja auch heute war weitgehend über lautsprecher glaube ich abgestrahlt wird in köln 60 dezibel hatten haben sie ihnen zugelassen genau in köln hat köln jetzt seit zwei monaten oder so 65 dezibel ja ja voll verarscht ihr dürft da mitmachen aber ihr müsst das ganz leise stellen also das ist ja nur humbug also was man heute einfach sagt ist es gibt halt über 80 db gibt es aufwachreaktionen und es gibt dann auch kirchgemeinden die sind da sehr pragmatisch wie zum beispiel im engadin das engadin ist ja nun wirklich eine luxuri meine lieblingsregion das engadin ist ja am hochtal gelegen auf 1600 metern wo zum beispiel es gibt ja ganz tolle tolle orte wie zuorts ganz breit und zuorts und russina zurz und furz und zuorts weißt da hat man einfach einfach gesagt ja wir leuten morgens um fünf uhr und dann ist die diskussion natürlich losgegangen können wir das können wir das bitte abstellen und dann hat man gesagt ja nee um fünf uhr hast du immer noch eine chance wieder eins schlafen also wir lassen das und beunruhigender weise ist dieser turm der in zuorts steht sein kluzi ist eine evangelische kirche das ist so eine art steinhaufen mit sand dazwischen also ist immer noch das wunder dass dieser turm steht denn es ist einer der wenigen glockentürme der seine eigenfrequenz also eigenfrequenz eigenfrequenz es geht in die bauphysik eigenfrequenz heißt die geschwindigkeit in dem ein turm ein turm könnt ihr euch vorstellen technisch als strohhalm der im wind sich bewegt wie pendel fast ja und sie müssen sich auch bewegen weil wenn sie sich nicht mehr bewegen kippen sie nämlich um wie bei hochhäusern was weiß ich aber dieser turm wechselt eben seine eigenfrequenz zweimal über das jahr also er hat zwei eigenfrequenz und das führt einfach dazu dass man dynamische probleme hat auch beim glocken leuten dieser turm wurde bereits zwar korrigiert aber man kann immer nur auf eine frequenz hin korrigieren also die geschwindigkeit in der glocke schwingt und das führt dann dazu dass ja vielleicht passiert dann das was in goch passiert ist irgendwann in goch das war mitte der neunziger jahre ist der turm ins fahrhaus das ist aber kein stabilitätsproblem sondern ist ein dynamisches problem was baulich bedingt wird durch die art und weise wie ein turm konstruiert ist das sind auch themen mit denen ich mich beschäftigen muss in dem ab jetzt machst du mir ein bisschen machst du mir so ein bisschen das also jetzt komme ich noch mal da irgendwie dazu mein gott dass so ein kirchturm mit dieser total tonnenschweren glocke einstürzen könnte und dann also das heißt ja am besten man sollte nicht so nah an einer kirche wohnen das heißt einfach man sollte wissen was man tut in notre dame war waren die glocken nicht berührt ne als die kirche gebrannt hat ja also da habe ich mit gebibbert aus einem ganz gewissen grund denn das geläute von die hitze die hitze die hitze ja das geläute von notre dame ist bis auf die große glocke bis zum jahr 2013 eher auf einem sehr hässlichen niveau gewesen weil das hauptgeleut stammte aus der zeit der französischen revolution und das war eher eine barockzeit das heißt in der barockzeit in der mangel und not herrschte haben auch die glocken vor allen dingen folgenden mangel gehabt auch da war das material zu gering das heißt man hat eher dünnreppige glocken gegossen die eher klanglich minderwertig waren die optisch zwar toll aussahen weil tolle verzierungen barock war ja ein baustil des also des täuschens man hat etwas versucht wahrzustellen was nicht da war und das ging bei den glocken weiter das hört man leider auch denn nachdem im mittelalter die glocken recht üppig und schwer waren sind sie in der barockzeit recht dünn und strottig das heißt man hört in der barockglocke sehr deutlich an dass sie aus dieser zeit kommt sie klingt nicht schön sie hat immer einen historischen wert durch die zeit in der sie entstand aber keinen in der regel keinen tonlichen wert und so hat man das geläut von notre dame bis auf die emmanuel glocke das ist die große glocke des turms das ist eine mittelalterliche glocke die auch durch ihre durch einen sehr eigentümlichen glockenklang ihren reiz hat die ist einmalig weil da auch irgendwas schief gegangen ist was die glocke einmalig gemacht hat aber das hält das sieht man bei mir selber auch aber diese glocke ist historisch bedeutend und ist klanglich bedeutend und sie ist erhalten also hat man alle weiteren glocken dazu die dazu kamen ausgetauscht man hat sie vom turm genommen hat ein komplett neues geläute definiert für notre dame dass die gießerei also die die zweite großglocke die zweite bordeaux 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 ist so ein wort im französischen das bedeutet entweder hummel ja also es kann nur hummel gemeint sein und so sind dann auch die übersetzungen wenn leute von einem glockenklang reden dann heißt das im französischen auf deutsch klingelton die das klingelton der klingelton der hummel so ist die übersetzung aber es gab eine zweite bordeaux glocke die konnte die gießerei cornel havar nicht gießen weil ihre kapazität nicht ausreichte deswegen hat die firma eisbauts in holland die gegossen und die anderen glocken die glocken drei ab gabriel wurde von cornel havar gegossen was eine sehr schöne glockengießerei ist in der normandie und diese glocken die waren ja jetzt bei dem brand betroffen und was ihr nicht wisst die klöppel die da drin sind die habe ich gerechnet und genau deswegen habe ich mit den glocken gebibbert ja und sie sind geblieben das bin ich heilfroh weil ich glaube nicht dass ich ein zweites mal zu der aufgabe gekommen wäre sind die irgendwie betroffen gewesen waren die erwärmt oder ja an ihnen vorbei oder es ist nicht so gewesen dass die dass die glocken also wenn sie erwärmen die sind sicherlich warm geworden aber sie sind nicht so warm geworden dass das zinn raus geschmolzen ist das ist nämlich die gefahr bei einem bei einem turmbrand also dass das so heiß wird durch den kamineffekt dass das zinn raus schmilzt aus aus der bronzer dann sind sie kaputt dann kannst du auch nichts mehr schweißen dann kannst du nur noch wegwerfen und das ist aber nicht passiert also man hat die glocken retten können gott sei dank ja weil und da kommt auch noch dazu koronil havar ist eine der wenigen firmen oder besser gesagt die einzige glockengießerei der welt die noch eine zusätzliche aufgabe erfüllt wenn sie glocken gießt sie dreht die lehmform um normalerweise werden glocken von oben durch die krone gegossen konil havar gießt dreht diese form auf den kopf und gießt über den durchmesser der glocke in die glocke rein also das macht auch das einfüllen komplizierte weil du mehrere einfüllöffnungen und entlüftungsöffnungen brauchst der vorteil ist dass in der flanke der glocke die dichte der rippe viel höher ausfällt das heißt die klangfreudigkeit der glocke wird verstärkt die glocke hat eine un also eine koronil havar glocke hat eine unnachahmendische klangfreude ich habe so eine glocke im schalavon kämpfen mal untersucht und ich bin so begeistert gewesen dass ich gesagt habe ja also wenn ich eine die eine glocke kaufe für mich privat dann wird sie von koronil havar aus einem mit dieser klangfreude mit dieser absoluten waren mit diesem wahnsinns klang das können da können wir hier einpacken muss ich ehrlich zugegeben also ja das hatten also das hat jetzt so kostbar gemacht aber hat es hat es sie auch in gewisser gewissen sinne gerettet also dass also so so gegossene glocken irgendwie bis etwas widerstandsfähiger sind oder ja ja sie sind gott sei dank so weit abgekoppelt gewesen vom brand her dass die temperatur dort nicht so herrschen konnte das war ihr glück also dieser kamineffekt da ist das gesagt dass das mir vorgestellt als es ja dann wenn das also schlimm kommt ist ja wie so ein schweißbrenner der so ja auch mal hier auf wikipedia da kannst du sogar klangbeispiel hören ich kann jetzt hier mit ton nicht einblenden aber die gibt es da ne mit also ich finde das so schön mit den namen so ist ja wie bei schiffen dass die auch wer 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 entscheidet das wie die heißen oder ist das so auch also gabriel gabriel anne genevieve diese glocken die sind in der normandie gegossen und das sind eigentlich für mich die bedeutenden glocken weil die klang ist das absolute meisterwerk optisch wie auch klang nicht perfekt absolut perfekt also der knie selbst ist der beuge auch ich das kind das ist wirklich handwerk atom in der reihenform es ist keine große firma und dieses verfahren ist sehr aufwendig aber sie ziehen das durch von vorn bis hinten und das macht eine gute gießerei aus also ich muss wirklich sagen das ist toll also das ist wirklich toll was da geleistet wird und den möchte ich eben diesen glockengießer den möchte ich besuchen also den ich kenne ihn habe mit ihm kommuniziert über das netz aber ich habe eines tages komme ich dich in deiner werkstatt besuchen ja da muss eben auch er wollte das verbinden mit zum beispiel mit natur die war eigentlich so geplant dass wir dass ich an die so eine art strecke fahre weil ich auch jean dark sehr diesen mythos schon dark sehr toll finde also ich wollte zum einen an ihren geburtsort und ich wollte nach 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 das ist ja diese klassische krönungskirche der französischen könige und eben dann an die an die normandie küste das ist glaube ich ganz gut wenn man hinkommt wenn ich so wahnsinnig viele touristen da sind ja es ist muss genau als es muss die carcassonne oder so sowas von überlaufen sein wenn das saison hat siehst du das sind eben an dieser glocke in zofingen arbeiten wir auch gerade an einer unserer größten glocken die wir je hergestellt haben da arbeite ich aber sieht man sich arbeiten also ich arbeite sehr viel von diesem fleck hier wo ich gerade sitze das ist also ein stuhl aus dem sehr viele schweizer glocken projekte entstanden sind unter anderem zum beispiel die kathedrale in solos und das da ist unser firmengebäude also da in diesem gebäude in dem rechten gebäude sitze ich drin das so genannte reberhaus ist das ist auch schon ein historisches gebäude in dem der ursprüngliche glocken dieser von arrau 367 bereits gesessen ist das ist ein sehr altes gebäude also das erste was ich von dir gesehen habe das waren aufnahmen austürmen ja das scheint so ein hobby zu sein und das ist auch der ort wo du mich nach wie vor findest wobei die schweiz und da muss ich auch sagen die schweiz hat insofern meine entwicklung gefördert dass ich eigentlich hier zu meiner handwerklichen reife gelangt bin in der form dass ich die letzten geheimnisse der glocke ergründen konnte die mir in deutschland verwehrt blieben liegt aber auch an der besonderen form unserer firma es liegt daran dass die dynastie bei uns 1914 in form des patriarchen ausgestorben ist und dass man gesagt hat nein wir halten das handwerk in form einer ag und führen das weiter und damit war die familie die familie rütschi war ausgestorben die hatte auch keine nachfolge mehr war gezwungenermaßen keine dynastie mehr am werk also musste sich ja dem jemand annehmen und das waren alles technisch begeisterte menschen die sich dem angenommen haben über die ganzen jahrzehnte auch vor mir waren das technisch begeisterte menschen und das sehe ich heute dass ich ein technisches archiv habe von glockenstühlen bis zurück nach 1898 oder 1895 die mir zur verfügung stehen dass ich also pläne rausnehmen kann von anlagen die wir auch schon gebaut haben und heute die dann noch mal reparieren kann das kann ich ja durch grunde von diesem archiv zum beispiel deswegen ist das auch ein mehrwert für die leute selber die sagen können ja rütschi ist eine firma die gibt es sehr lang aber wir haben auch ein mehrwert dadurch dass wir nicht aber null anfangen müssen sondern wir können mittendrin anfangen wir können an der glocke selber ansetzen alles andere drumherum kennt die firma sie hat es gebaut das ist ja auch interessant wenn du sagst das kennt die firma das heißt also im grunde ist so eine ganze so ganzes ökotop da drumherum nicht also aus unterschiedlichste ich habe ich habe in verschiedenen firmen des glockenbaus bin ich tätig gewesen und wenn ich eins sagen kann ja die menschen die mit glocken arbeiten das sind teilweise freaks aber es sind menschen die sind mit dem herzen dabei und nur was man mit dem herzen tut und macht also ist das in der kunst das wird auch hundertprozentig und das steht auch für die arbeit in der form wie wir sie tun denn die wir tun die arbeit so dass der kunde am ende einen mehrwert hat den er spürt und das ist auch das warum man uns dann zum beispiel gegenüber der konkurrenz nimmt obwohl wir teilweise teurer sind als die konkurrenz also da ist nicht die situation wie in deutschland nimm den billigsten so ist es in deutschland und so sieht es auch aus jetzt hier war keine werbung also es ist einfach so so hört man hört es du hörst ich höre es von den türmen dass es in deutschland und das interessante ist ja wenn du feststellst dass der beratungsausschuss für das deutsche glockenwesen neidisch auf deine ergebnis schaut und sagt ja wir würden das auch so gern machen aber wir können es nicht bezahlen ja dann muss ich sagen dann ist es ein armutszeugnis denn prinzipiell bin ich ja ein deutscher und ich komme aus dem deutschen ingenieurtum und prinzipiell gibt es diese menschen schon das problem ist dass sie sich nicht mehr finden und das ist auch das problem der der firmen dass sie nicht mehr an die leute kommen die arbeit machen wollen und die gibt es und man muss diesen wunsch wecken das habe ich ja mir selber gesehen du musst diesen wunsch danach wecken und der kann mitunter ein ganzes leben existent sein also diese bewegung oder ich weiß man kann sogar sagen dass es ist also eine vernichtungs also sagen wir so es gab es gibt handwerke die massiv unter druck geraten sind von also nehmen wir mal schuster von mr minute so oder bäckereien durch eben billige und glockenfabriken eine glocke ist noch nie in industrie technik hergestellt worden das gibt sich nicht mal die bösen also es aber ich meine es gibt eben so eine wendung gegen diese art von identifikation also ich glaube dass das viele berufe damit zu tun haben nicht also ob du nun dachstühle baust oder ob du also also ich habe habe von freunden in süddeutschland die haben also ein haus in fachwerk gebaut mehrstöckig nicht übrigens diese glocke die wir gerade sehen ja die krone abgerissen und das war die erste glocke wo man diese krone in klebetechnik wieder angebracht angeklebt angeklebt und hat funktioniert deswegen und deswegen ja man sieht es ja es ist sehr bemerkenswert also sie hängt zwar nicht regulär sondern sie hat eine form in der sie eher lang also sie kippt eigentlich nur es ist kein reguläres freischwingendes leuten deswegen war die große peters glocke im kölner dom auch jahrelang oder jahrzehnte lang die größte freischwingende glocke der welt freischwingen heißt der drehpunkt sitzt auf dem unteren punkt der krone so dass sie wirklich frei fliegt aber das da ist nur ein kippen da ist der drehpunkt also die masse der glocke wird zweigeteilt über den kipppunkt und das da ist jetzt zum beispiel ein freischwingendes leuten das ist der liebfrauendom in münchen das ist die bremer und diese glocke da die ist nach dem krieg bei der gießerei otto in hemeling gegossen worden und diese glocke war zwar nicht optimal aber sie war klanglich nicht schlecht und jetzt gibt es eine art propaganda feldzug der stattgefunden hat der dazu führt dass diese glocke gegen eine glocke gegossen in öl sand ersetzt wird und das ist ein vorgang den finde ich höchst bedenklich denn dort hat man diese glocke also man hat schon gewusst diese glocke war eher schlecht gegossen aber man könnte sie erhalten mit einem entsprechenden klöppel das hat man gemacht man hat so lange das mit dem klöppel schlecht geredet bis man die stadtfäte überzeugt hat dass sie lieber geld ausgeben für eine neue glocke hergestellt in einer technologie die nicht einwandfrei ist und das ist eigentlich ein drama weil diese glocke könnte weiter läuten und diese diese glocke die heißt bremer die hat einen namen ja auf den ton g0 sie wiegt ungefähr 6200 kilo sie hätte einen wert aber sie wird weggeschmissen wie und mit einer leichtigkeit die erschreckt wo ich sagen muss dass man das tut zeigt eigentlich dass propaganda sehr viel immer noch bewegt falsche propaganda propaganda auf basis von leuten die nachweislich kein wissen haben woher nimmt sie das denn ich meine die glocke da oben ist die jahrtausendglocke gegossen von karlhut narovski in erding über auch gesprungen die musste werden die besteht aus euphonen das ist eine ersatz bronze also das ist eine bronze in der kein zinn ist sondern silizium ok also was ich vorhin versucht habe das ungeschickt gleich anzustoßen ist also dass es ja also mit der industrialisierung immer wieder versuche gab das handwerk gegen die industrialisierung und möglicherweise auch gegen den damit erst so richtig in fahrt geratenen kapitalismus zu wenden nicht also mein morris oder und die die ob nicht also eben diese diese also jetzt sagst du genau bei der glocke kann man es nicht industrialisieren so aber eben sie steht trotzdem unter diesem druck nicht und hat damit vielleicht auch also so eine art bastions es ist eine funktion also ich bekomme es halt deswegen mit weil im süddeutschen raum spürt man mittlerweile dass die firmen also man muss ja glaube deutschland gibt so eine regel man muss mindestens drei angebote einholen um überhaupt eine bewertung oder so eine auswahl treffen zu dürfen und da mittlerweile einzelne firmen nicht mehr existieren also meine ehemalige firma hat es auch geschafft sich luft aufzulösen durch falsche geschäftsführung das ist auch einer der gründe gewesen warum ich diese firma damals verlassen habe ich habe das eigentlich damals geahnt aber da war die firma noch 20 jahre in betrieb also sie ist da letzten endes den bach runter gegangen wie ich mir immer gedacht habe aber später hat und dadurch dass eben einzelne firmen nicht mehr am markt präsent sind oder aus dem raster gefallen sind das ist eine glocke aus meiner ersten firma das da das ist auch eine glocke übrigens sie daneben gegangen ist das ist die sogenannte maxima steht heute in herrenberg weil sie keinen platz hat im turm ist gegossen worden für die für die willi bruch brasilika in echt danach und ist eben im gleichen schicksal erlegen wie die glocke von halberstadt es ist material rausgelaufen mein bus es ist daneben gegangen sie ist klanglich etwas missgestaltet aber tonisch gelungen der kunde hat sie nicht akzeptiert sie musste neu gegossen werden und war dann dadurch eigentlich das war der grundbaustein der dieser firma den rücken brach sagen wir es mal so das war der grafstein diese glocke war ihr grafstein eine glocke die so groß war wie eine andere die sie vorher hergestellt hatte und auch viel zu aufwendig viel zu billig verkauften und in auftrag zu kommen und letzten endes hat sie die ganze firma ruiniert und unglaubliches material das heißt ich stelle mir vor ist ja auch also ich meine was die allein an in den investitionen braucht so eine glocke zu das sind die investition liegt aber in der arbeitszeit oder das eine material also bronze hat einen tageskurs und die andere sache ist ist die herstellungszeit du brauchst für die herstellung einer so großen glocke brauchst du zehn wochen du hast zehn wochen arbeitszeit tag für tag musst du mit wie viele leuten mit zehn mindestens zwei mindestens zwei du hast zwei monatslöhne wo du zahlen musst also zwei über zwei monate du hast halt schon fixkosten die du im fall von misserfolg mit einfach weg machen kannst so teuer kannst die glocke werden verkauft man ist da denn hier zum beispiel der taubenschiss tut doch den klang auch verändern der zittert einfach mit macht ja keinen unterschied dazu ist das nicht dick genug da ist ja alles verlaufen da drauf also das ist eine dünne dünne schicht also inwieweit die das klang nicht trüb das müsste man sehr genau betrachten jedenfalls wahrscheinlich nicht im hörbaren bereich ja beim messbar bestimmt man kann alles messbar jetzt stell dir mal vor als eine initiative der zukunft mit den stuhlräumen wiegen und analysieren und dann geschweige dessen entscheiden dich einzuschläfern also messbare untermalungen gibt es ja auch die du dann trotzdem nicht siehst also oder so also also der taugenschiss ist jetzt noch das was man entfernen kann obwohl es undankbar ist also glockenputzen heißt einfach mit wasser und sand also ist sehr mühsam da brauchst du ja auch dann irgendwie gemeindemitglieder die das da brauchst du nicht du kannst auch die firma anstelle das kostet entsprechen ja der witz ist dass es sondermüll ja ja das ist gift nur das problem ist ist regional bedingt denn das taubenproblem was in deutschland wirklich so ein massenproblem ist in in frankreich sowieso in der schweiz gehst du danach suchen also da musst du wirklich diese türme suchen die voll geschissen sind und tauben die wirst du faktisch nicht finden es gibt nur ganz wenige also das ist schon interessant also es gibt faktisch weniger tauben also klima kälte was macht das ich weiß nicht aber es gibt aber auch diese ganzen das wird auch so also es sind ja tauben werden ja auch als ratten der stadt gezeichnet und das sind sie auch daran dass sie auf ihre kadaver also die jungen die nicht durchkommen werden nicht etwa aus dem nest geschmissen sondern die bleiben als nest unterlage der einfachen nest und das nächste ei wird dann auf den kadaver aufgelegt also so sind tauben und das war etwas also es gibt nichts schlimmeres als in einem turm zu sein und tauben flattern dir um den kopf und ich versichere dir es war mehr als eine der ich den hals von gedreht habe und dann dieses kindheitserlebnis wie du da also diesen taubenturm hoch das hat dazu beigetragen aber irgendwann so dass ich im dachreiter stand also in einem dachreiter in viessen und es war relativ beengt und da war dummerweise dieses tauben vieh das und das problem ist sie flattern jeder um den kopf und die lassen sich dann die hören dann ja auch die bleiben da nicht sitzen die flattern darum irgendwann habe ich sie gepackt und dann jetzt musst du überlegen was du machst und habe ich den hals umgedreht und dann war schluss und nachher war das eine brieftaube und war ganz auf einer ganz wichtigen reise also das kann man auch keine brieftaube eine brieftaube hätte was unten dran gehabt okay also zumindest so ein ringchen und fledermäuse also ich habe im schloss zivilienst gemacht hatte es den ganzen dachboden voller kötteln das interessante ist ja bei fledermäusen sie nicht also das ist das ist eine sehr interessante wahrnehmung du hörst sie nicht und wenn sie dir um den kopf flattern du hörst nichts man hört sie also wieder weg ja aber ein fledermäuse sind eher angenehm also ein fledermaus hat mich noch nie gespürt ja man muss ja von zu da den boden also dann fahr mal nach monreal in die eifel die haben da an drei meter hohen haufen auf ihrem gewölbe liegen aus aus fledermaus scheiße wenn da mal einer eine zigarette ran schmeißt dann ist aber wirklich ende aber die mexikanischen höhlen wo die zu millionen rauskommen ich habe schon so interessante interessante begegnungen gehabt da war in einem ton und kloppen war ein nest von turmfalken das nach innen offen war und die saßen da ganz militärisch wie in rhein und glied da kam die alte vorbei und hat dem futter gereicht also das war atemberaubend das zu sehen und dann kam der pfarrer und hat seine haushälterin mitgebracht und der war also der war vielleicht so anfang 40 war ein relativ junger mann und seine haushälterin wir waren dann so um die 70 und da hat er gesagt sister jetzt haben wir hier die greifvögel und jetzt kann ich auch sagen jetzt habe ich die haushälterin dabei ist kann ich noch sagen ich habe meine eule im troon haben wir ihm eine neue glocke geliefert und das war noch relativ schwierig weil den kloppen ist dieser mittelalterliche kirche die steht in weinbergen und da bin ich froh dass es nicht die größte glocke war die wir da setzt haben sondern die kleinste die dazu kam dass wir die da halbwegs mit dem handkarren durch den weinberg gefahren haben und dann praktisch dann mit so bauernhandgriffen reingehoben haben mit mehreren leuten in die kirche also denen also ihnen hat damals noch die große glocke gefehlt die haben damals noch gesagt die große glocke mit drei tonnen die fehlen uns musikalischer fingerabdruck anleitung für klangaufnahmen genau das also eine anleitung die laien befähigen befähigen soll diesen musikalischen fingerabdruck selbst zu erstellen also es geht eigentlich darum dass du einen schlagzylinder aus und dass du die glocke in dem raster einteilen muss und dass du dieses raster abklopft und das einzelnen aufnimmst also du klopf sie rundherum ab das nimmst du auf mit dem mikrofon in der mitte das kann handy sein das ist egal und dann werden die partial töne in den einzelnen gradienten werden untersucht auf spaltung und dann kann man ungefähr sagen wenn ein schaden vorhanden ist er ist da und da also in der mitte von der glocke nein du teilst die glocke in raster auf zum beispiel von 25 grad so mache ich das immer dann musst du halt eben den durchmesser nehmen dann nimmst den umfang daraus und dann kannst du ungefähr mit einer maßbande das abzeichnen und dann klopf sowie ab nimmst das auf und die werten das aus und aus diesem fingerabdruck wenn es spaltungen gibt also dass dann praktisch so dass man diese tonwelle in 3d aufnehmen und von oben an sieht ob es eine aufspaltung gibt innerhalb der partial töne also je größer eine glocke wird das umso mehr partial töne hat sie und dieser fingerabdruck soll eigentlich eine flächendeckende mutter so eine methode werden damit man relativ einfach an den schaden eine diagnose kommt natürlich immer bedeutet wenn du immer muss ein fachmann schicken um das zu machen das wäre einfacher die leute können das direkt vor ort und du brauchst relativ wenig draußen schlagzylinder ich habe mir so ein klüppel da gebaut dann habe ich im auto und damit kann ich die glocken abschlagen also schlagzylinder heißt also ein holz das also nein es muss aus metall sein muss aus metall sein und ich sage die die handys sind suboptimal weil die handys können du kannst keinen gain einstellen bei einem handy und daraufhin anscheinend scheint das aber nicht mehr so wesentlich zu sein ich habe mir irgendwann mal so ein zoom hd recorder gekauft der hat den vorteil dass ich die kanäle einzeln einregeln kann dass ich den tegel einmitteln kann weil du bist dann sehr nah an der glocke und dann übersteuert das und beim handy wird das ja sofort abgeregelt und so kann ich den pegel immer so aussteuern wie ich ihn brauche das ist ja also diese analyse des fingerabdrucks die machen wir auch teilweise für die leute weil es gibt dann immer noch leute die sagen ja zur beschreibung da technischer art will ich nicht lesen macht hier lieber den bachmann also diese diese dieses vorgehen der citizen science die ist halt begrenzt da musste halt jemanden haben der weiß okay ich habe eine anleitung ich kann wenn ich tutorial zu umsetzen kann dann kann ich das da auch aber es gibt leute die haben technische ängste die wollen das nicht und die nehmen sie stehen mit dem auch nicht an egal was da steht da steht glas ihm eine luft in den arsch dann machen sie das auch nicht so kompliziert es gibt es aber es gibt leute die wollen einfach service haben und den leuten muss man den service dann auch bieten und wenn ich da ängste merke und die leute sagen ich traue mir dazu oder das haben wir ja hier beim kunstag da kann ja eigentlich auch jeder mitmachen ja natürlich also dieses verfahren das was da beschrieben angebot könnte jetzt jeder von euch in der glocke untersucht muss das aber halt einschicken weil ihr selber könnte es ja nicht auswerten und dann die auch als das relativ einfaches mittel und gerade das prädestiniert ist dazu auch tatsächlich das material zu liefern was dann ausgewertet werden kann ja auch viele erstaunliche und der fingerabdruck gibt dann auch recht dass man halt sieht dass man glocken plötzlich die auch eine wirkliche gefährdung haben und dann vor allen dingen bei historischen glocken macht man das ganz einfach weil der aufwand noch etwas höher ist um die tatsächliche belastung einer glocke feststellen zu können muss eine sehr aufwendige messung forciert werden also der fingerabdruck dient eigentlich nur als aufgabe einen time marker zu haben also eine feststellung zum zeitpunkt x also hilft euch ihr müsst ihr zu jeder glocke ausfahren wo dann irgendwie die übernacht wird sondern erst also ab einem bestimmten punkt wo man sagt also okay hier eklatant nicht also feststellt in diesem verfahren würde man eigentlich in nächster instanz wenn es sich um die historie handelt würde man eine belastungsmessung machen um auch darzustellen welche gefahr von dem klöppel ausgeht bei historischen glocken macht man das ganz einfach du hast von diesen ganzen messereien ja erst mal noch keine verbesserung weil das wenn du nun schaden feststellen dass du was machen muss mit dem klöppel das steht außer frage bei historischen glocken dokumentiert man es bei neueren glocken würde man eher sagen klüppel raus machen neuen reihen der andere wirkung hat und dann ist gut und sparen uns die messerei und die kosten das ist einfach eine frage der wirtschaftlichen bei historischen dokumenten lässt man einfach mehr sorgfalt walten und ist auch bereit mehr geld auszugeben weil es um den erhalt eines denkmal geht aber wenn eine glocke nicht mal 100 jahre ist sie nicht im denkmal dann ist sie erst mal einfach nur ein objekt wenn ich ganz ehrlich bin also ich würde die dann schneiden eine kleine dm schicken dass sich hier irgendwie ein glockenproblem ergeben hat bevor ich das selber mit meinem klöppel irgendwie versuche irgendetwas zu diagnostizieren also ich meine ja kann ja das kann ja nur so sein wie mit hausmittel gegen fieber oder sonst irgendwas also das ist ja das hat ja was mit expertise zu tun das genau zu hören und auch was weiß ich dass es muss man ja auch lernen also ich kann ja nicht einfach meinen händler drüber halten bis ich bin so den engel daran denken es ist aber so genau das ist genau so gemeint das ist der sinn dahinter und das ist eben genau das ist interessant dass du das sagst ja diese angst innerhalb dessen was falsch zu machen wie ist einfach präsent und das ist genau ein punkt warum ich sag mal das wahrscheinlich nur begrenzt funktioniert mit der citizen science dass man einfach sagen muss die leute sagen okay glocken oder generell es handelt sich immer um ein spezialgebiet lasst den schachmann dann ja und wie kommt man denn zu der glocke so als citizen als einfacher mensch man man geht zur kirchengemeinde und fragt ob man das ist ja so dass sie der grund warum man leute in den turm lässt also grundsätzlich ist das ein versicherungsproblem denn sobald du leute irgendwo in dein gebäude lässt im turm ist in der regel ein exponiertes objekt in dem man ganz oft eben über leitern klettern muss also du musst irgendwelche gefahren überwinden und wenn den leuten was passiert bist du eigentlich auch haftbar sprich entweder hast du eine deklaration und muss sagen ja gut wenn du darauf gehst auf eigene gefahr und wenn du es nicht tust bist du haftbar und die versicherten personen die über die arbeitsversicherung versichert sind sind entweder der pfarrer der küster oder halt eben der mitarbeiter des glockenservice in dem was passiert der ist versichert aber alle anderen sie nicht versichert und das ist auch so ein punkt der eine grauzone darstellt weil ich habe schon aufnahmen gesehen haben sich leute vor glocken gestellt und haben die aufgenommen da ist eine woche oder zwei wochen später der glöppel abgebrochen aus hätten die zu dem zeitpunkt da gestanden wären ja ja das ist das ist das ist ulkig aber das passiert weil material ist es sagt man gerade bei schmiedeeisen ist das da nicht unsinnig da sonst diesen science aufruf zu machen wenn das so schwierig überhaupt durchzuführen ja im prinzip schon der küster ist ja auch sozusagen ein citizen also wenn der küster die glocken liefert dann geht er sie ist etwas zu irreführen weil man muss einfach mal herausstellen es gehen und das ist leider tatsache es gehen leute in den turm mit einer selbstverständlichkeit die da überhaupt nichts zu suchen haben und das hat so extreme formen angenommen dass wenn du die vorwände die leute mal davon in kenntnis setzt wie die rechtliche situation ist dass sie dann noch das gefühl haben sie müssten opponieren weil ihnen unrecht geschieht das ist also so weit sind wir also so aber die die seine kirche gehört der kirchengemeinde also die kirchengemeinde ist doch dafür zuständig also das ist doch in deren besitz und als er aus und ich weiß das nämlich weil ich kenne an so eine kleine ganz kleine kirchengemeinde die hat sogar noch einen eigenen friedhof normalerweise sind friedhöfe gemeindeeinrichtungen aber es gibt auch noch kirchengemeinden diesen selber noch eigner von friedhöfen und alles aus einer und einer hand und das ist ja ich wollte es nur kurz erwähnt haben das ist korrekt was du sagst aber es ist so in kirchengemeinden sitzen leihen in gremien und entscheidend über dinge über die sie sagt mal punktuell bescheid wissen ja und das führt genau dazu die leute die zb heute auftreten als kampanologen die kommen mir nicht mehr und sagen ich interessiere mich für die glocken und sagen hey ich interessiere mich für glocken aber ich liefere mir gratis aufnahmen und ich veröffentliche die im internet und haben kirchengemeinden immer so eine art win-win-situation als eine motto ja da habe ich eine glocke publiziert und dann muss ich im internet da muss ich dann vielleicht auch sonst niemand mehr auf dem turm lassen also lasse ich doch den der film da hoch und lass den da machen und dann kann ich immer sagen hier geht zum beispiel auf die webseite kannst unser geläut angucken das ist ja so mittlerweile gang und gebe state of the art fakt ist aber die leute bewegen sich in diesen anlagen wie die leute die beruflich dort zu tun haben mit dem unterschied sie sind nicht versichert ja und wenn du ihnen das konfrontiert das ist ja unverschämt ihr diskriminiert mich ja obwohl sie im prinzip einbrecher sehen und dass sie an dem ort in dem sie sind gar nichts verloren haben das begreifen die leute gar nicht mehr da habe ich gestern noch gesehen lost spaces das ist auch so ein trend da gibt es auch viele fotografen die so verlassene orte alte villen und was weiß ich glaube genau die gibt es schon ganz lange die gibt es schon ganz lange ja ja so und da habe ich halt gesehen wie die da ja sich dann einfach die den zutritt logischerweise wenn sie offen da arbeiten können sie sich nur über ein gespräch mit den inhaber dann verschaffen und der hat natürlich dann genau auch die gleichen probleme damit wer ist was war für was verantwortlich und weiß gar was kann man sich nicht wie bei einer reiseversicherung versichern dass man sagt also haftpflicht auch ich bin so ein journalist journalist ja lost space neugieriger unfall und haftpflicht betriebshaft pflicht aber das ist bei citizen science ist halt nicht so die sind einfach diese dass er keine müssen ja keine geschäftsleute sein einmal trotzdem sind ja nützlich wenn die zum beispiel bei ausgabungen helfen da sind ja in der leiten unter der leitung von kompetenten leuten und selber sogar wenn sie als stadt sucher unterwegs sind und wissen sie sind registriert und sie wissen damit umzugehen ist ja auch als es gibt ja viele viele orte also man kann ja gucken als wenn es gefährliche sind dann wäre tatsächlich anweisung und versicherung dann nachträglich oder nicht nachträglich sondern dazu gehöre ich nicht dann muss man das eben versichern dann geht das nicht über die berufsversicherung sondern über also heute auf fahrrad fahren auf jeden fall nur noch mit helmen ja aber ehrlich gesagt ich habe gedacht ich gehe ja auch nicht einfach ins feuerwehrhaus und sage ich manchmal gerne aufs dach steigen und die sirene überprüfen ob die noch das richtige signal gibt also auf die idee würde ich gar nicht kommen ich trampel ja auch nicht in diese es gibt ja diese garagen wo denn eins zwei drei vier ambulanz autos sind da trampel ich ja auch nicht rein und sagt boah ich möchte mal gucken ob das blaulicht noch von dem ambulanz auto funktioniert also was ist das denn für eine für eine für eine also für ein anspruch das macht man noch nicht weil die kompetenz doch immer in irgendeine zuständigkeit doch immer in in dem bereich der ja jeweiligen kirchengemeinde liegt würde ich mal denken egal ob das jetzt aus einem frei gewählten kirchenvorstand besteht oder einer fahrrei oder sonst irgendwas jemand ist doch auf jeden fall da zuständig also es gibt es doch gar nicht dass es in unserer region im europäischen raum irgendetwas gibt wo nicht jemand dafür zuständig ist und ich muss doch erst mal rausfinden wer dafür zuständig ist und da eventuell auch einen schlüssel hat um mir die tüle aufzuschließen um dann hochzukommen oder fraß den fahrer und wenn keiner da ist dann genau ist halt keiner da da muss man halt was weiß ich den organisten fragen oder so es kommt ja daher es gibt leute die lieben glocken es gibt leute die lieben sehen und kreuzer es gibt leute die leben leben lieben lokomotiven oder lokschuppen und die kümmern sich tatsächlich darum und wollen dahin wollen das haben es gibt auch leute die wollen zu flughäfen und zu helfen und dann das schöne ist eine tür öffnet sich immer ja das ist genau das also ich hatte im letzten jahr so eine situation wo ich dann notgedrungen dass übrigens die große fürstin aus dem dom zurück zerfetzt aus da unten oder wie weggebrochen oder was ja klar also du musst davon ausgehen dass diese glocken im mittelalter abgenommen wurden es sind ja viele auf dem glockenfriedhof in hamburg gelangt und wenn das der fall war wo ist denn da der glockenfriedhof wieder sind lauter glocken auf dem puto also es ist so dass die nazis zwar sehr viele glocken abgehangen haben aber wir deutschen sind ja in der verwaltung immer sehr gründlich gewesen das heißt wir sind zwar bei der demontage nicht immer sehr zärtlich gewesen weil glocken sind am unteren rand wie glas aber wir glauben dass die große fürstin ist eine glocke von knapp sechs tonnen wenn dir die auf den fuß fällt dann ist der fuß weg aber wenn sie auf den boden knallt bricht eine ecke raus aber auch für insgesamt ist bronze ein sehr hartes material aber eben durch die härte eben auch sehr spröde sprich am rand brechen die aber dann wurden die glocken halt unsanft teilweise vom turm geworfen deswegen sind dann teilweise kronen aufhängen abgebrochen und das sieht man heute dass man diese diese kronen dann nicht mehr wieder verwenden konnte also die glocken kamen an eine zentrale sammelstelle in deutschland war es in hamburg ein glockenfriedhof an dem diese glocken gesammelt wurden aber die nazis haben alles schön katalogisiert wo es er war deswegen konnte man es im nachhinein wieder zuordnen und haben es dann auch bei weitem nicht mehr geschafft alle glocken zu vernichten indem man eben keine nazi werbung nein im gegensatz ist eben dass die nazis nicht geschafft haben bisher die rettung der glocken gewesen also im prinzip konnte durch die durch die genaue katalogisierung halt eben auch eine zuordnung danach wieder erfolgten so dass die glocken die dahin geliefert wurden auch wieder zurückkommen konnten und wieder in die leute integriert werden konnten hier ist auch bild da von dem ja 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 aber das ist auch genau das was ich irgendwann auch gesagt habe dass diese glocken halt demontiert wurden weil sie ihm und jetzt habe ich das eben richtig gelesen damit ich mit dem heute am zu beginn mit dem metall vertan habe das war weil es bronze wichtig war und gar nicht das reisen oder sonst irgendwas sondern denen war die bronze wichtig es war die bronze wichtig um waffen herzustellen und im trieradom zum beispiel zeichnet sich das aus das waren geläute im trieradom was noch aus dem mittelalter stammte die große glocke hatte den namen berthes und diese diese glocke ist durch einen bombenangriff sind die vom turm gefallen und da gibt es ein paar aufnahmen im netz da kannst du vielleicht auch mal gucken michael da wirst du sicherlich ein bild finden wurde diese glocke zerbrochen mit ihrem glottel sie ist wie sie am boden gelegen hat da ist die berthes oder glocken im trier und trieradom also da wirst du sicherlich bilder finden habt ihr euch den kennengelernt im trieradom wollte ich mal fragen nein wir haben uns in einem musikgeschäft kennengelernt ach so jetzt erzählen wir jetzt hier nicht das war ein super das war ein super themen change weil dann kommen wir in die urgründe deutscher bands gründung und techno 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 und unglaublich was da irgendwie an connection besteht weiß ich dafür müssten wir die neuen da ist das bild da oben ist das bild oben rechts das hier ja das ist ja oh ja bitte twitter das doch mal dann retweete ich das ja also es ist ja hochspannend das ist ja wirklich hochspannend aber ich könnte mir vorstellen dass es doch bestimmt auch noch etwas mit dem mit der baulichen konstruktion des kirchengebäudes zu tun hat also dass der der klang doch auch bestimmt durch das gebäude mit beeinflusst den lautsprecher box irgendwie das gehäuse also dass der turm selber ist in seiner art und weise wie er gebaut ist in resonanz gehäuse wie bei einem lautsprecher ja ein lautsprecher wirkt ja ohne gehäuse nicht dieses schöne experiment habe ich ausgerechnet mit dem mich ja mal erlebt dass er oder da kam ich auch mit dabei dass man mal lautsprecher hatten den wir angeschlossen haben der gar nicht wirkte und sobald man ihn in ein reflex gehäuse einsetzte in ein gehäuse in ein resonanz körper hat er dann gewirkt in dieser art und weise wie man in stereo lautsprecher in modernen heute wahrnehmen wie bass und höhen und mitten und das ist beim turm mit der glocke ähnlich deswegen sind offene türme also was von da zum beispiel sieht warte mal du bist zu schnell du siehst einmal jetzt die bärtes glocke da wie sie noch hin also als er noch ganz war und die das aufnahme darüber ist bereits die form der neuen großen dom glocke also das war gleichzeitig der größte firmen auftrag der die glockengießerei die großen glockengießerei otto in bremen hemmelingen je hatte das war ihr größter auftrag die zehn glocken für den dreherer dom neu zu gießen einfach aus dem grund weil die das komplette geläut innerhalb des kriegsangriffes untergegangen war durch eben brand im turm und absturz aus dem turm also alle glocken waren kaputt keine war mehr brauchbar und daher ist das geläute komplett neu angeschafft worden von otto übrigens auch in der liebfrauenkirche die direkt nebenan ist und bei der liebfrauenkirche handelt es sich um die älteste gotische kirche die in deutschland gebaut wurde du tust aber ganz schön angeben mit deinem lexikon wissen das allgemein bist du halt stopp halt stopp fit aber du kannst nicht jemanden kompetentes einladen und ihm dann zwei drei stunden erzählen lassen und ihm dann um die ohren watschen nein das geht nicht das finde ich also das finde ich ist das ist eine inflation die möchte ich einfach vor allem wo die als älteste gebaut wurde also die meisten werden ja also gebaut da sind sie ja also sozusagen nicht mal jung genau und diese wird es sogar also es gibt ja so eine art ruinen architektur und das ist ja schon toll dass also dann mit glocke also der trierer dom ist halt insofern bedeutend weil er auch aus der architektur von der grundarchitektur von den römern stammte weil trier die älteste stadt deutschlands ist ja aber der dom ist also der witz ist der die bedeutung des trierer doms ist nach außen hin nicht so bekannt wie die geschichte dahinter und das ist eben warum der bischofsstuhl in trier ihr unbedeutend ist und aber die kirche in der dieser bischof reserviert die ist eigentlich sehr bedeutend und wenn du das schicksal dieser großen domglocke sie ist also sie ging kaputt sie ist abgestürzt sie ist nicht zu retten gewesen und die säule die vor dem dom liegt das ist der domstein also da gibt es es gibt vor dem trierer dom liegt also neben dem greifenklauturm das ist dieser rechte hohe turm liegt eine steinsäule zerbrochen am boden die sieht man auf dem unteren bildchen da in dem einen da sieht man ja ja das sehe ich jetzt auch ganz der domstein und da gibt es ein gedicht dazu in trierer mundart das heißt um domstern sind wir rumgeritscht das war nicht immer jenstisch der knie verschlungen der hose verrutscht oder wie war es war auf jeden fall auf dem domstein haben immer kinder gesessen haben drauf gespielt also durch diese struktur ist dieser stein auch sehr abgeschliffen weil immer leute drauf gesessen haben aber die geschichte die sage die hinter diesem dieser säule liegt die ist so was das ist eine dieser mittelalterlichen sagen das storytelling dass man eben gesagt hat der top man hat den teufel beauftragt die fertigstellung des doms zu begleiten damit er denn fertig würde zur einweihe ja aber das ist ganz interessant man hat dem teufel gesagt es sei ein haus zu seinen ehren und als er dann mit der letzten säule angeflogen kam war dann bereits die weihemesse für gott in gang und dann hat er gemerkt dass er ausgetrickst wurde und hat dann diese säule auf den dom geworfen um ihn zu zerstören und engel haben die säule abgeleitet sodass sie vor dem dom gelandet ist das ist die sage hinter dem domstein und es gibt auch in trier ein hotel das heißt zum domstein wo eigentlich diese sage mit untermauern soll aber es ist sicherlich fiktion der grund warum die säule liegt tatsächlich irgendwo andere ursachen geschichtlicher art aber die sage dahinter ist natürlich schön das finde ich total ganz interessant weil ich kenne auch so eine sage aber wie gesagt so aus so einem dörflichen gefilde da ist so ein genannter teufels stein vor die kirchen für das kirchentor gesetzt worden damit man eben gerade nicht mehr hinein kann und die glocken leuten damit die ne leute in die ja ja das ist ja voll das ist ja sehr interessant sehr oben links in dem bild wo die zwei männer neben dieser glocke stehen das ist genau nebenan schräg gegenüber am hauptmarkt in trier das ist die lumpen glocke des der gangolf kirche und die lumpen glock ist wie der name schon sagt die hat abends um zehn und die leute auch bis heute abends um zehn uhr um den leuten zu sagen geht nach hause das ist zeit das ist so die aufgabe des türmers gewesen die leute nach hause zu schicken aus der kneipe und deswegen hat trier noch diesen brauch der lumpen glocke den sie in gangolf um zehn uhr leute die ist gegossen von nikolaus von ihnen um 1500 noch was die leute seitdem in diesem turm in der mark kirche die hing auch sehr lang alleine dort und erst 1995 wurde eigentlich das geläute das jetzt neben der lumpen glocke installiert wurde von mavilon in saarburg gegossen sehr zum leidwesen meines damaligen chefs aus brockscheid der gehofft hatte dort das geläute gießen zu dürfen in einer größeren dispositionen alle aber den auftrag nicht bekommen sondern mavilon mavilon ist 2002 in den ruhestand gegangen weil er keinen nachfolger mehr hat das auch eine dieser untergegangenen gießereien mavilon war aus den ursprüngen heraus auch ein sohn lothringer gießer die den weg über den 30 jährigen krieg über diesen konfessionskrieg nach trier gefunden haben als kanonengießer und sich dann in saarburg heimisch angesiedelt haben weil das war dann erst so mit der industrialisierung begann auch die zeit an dem sich glockengießer niedergelassen haben habe gesagt glockengießer sind im mittelalter wanderer gewesen und mit der zeit der industrialisierung begann die sesshaftigkeit weil es zu diesem zeitpunkt dann möglichkeiten der transporte gab im falle von mavilon ist es die saar gewesen er hat seine firma unmittelbar in der nähe der saar aufgebaut vor den toren der stadt also gießereien auch unsere gießerei lag in der zeit als die firma gegründet wurde vor der stadt in eine gussstätte durfte sich niemals innerhalb einer dicht besiedelten siedlung finden weil eben die feuergefahr zu groß war ja lüneburg hatte ja selbe problem die haben ja den reichtum gehabt alles wo vorher war ziege zu bauen zu verpflichten nicht also das also in lüneburg ist ja anders als mein ding ölzen also ich bin zumindest mal im urlaub in walzrode gewesen und heilen auch das grab des heimat dichtes hermann löns das sind mit der heide ja ich habe das als kind das heide grab besucht weil wir da mal zwei wochen urlaub auf einem bauernhof gemacht haben auf einem kleinen weiler mitten in der lüneburger heide und von daher ist mir natürlich die lüneburger gegen auch bekannt aber ich wollte noch mal zur lumpen glocke zurück weil ich finde das ist so schön dies ist noch mal so ein moment von dieser zeit strukturierenden aufgabe die also so glocken so glocken haben nicht also dass was am anfang war dass dann also eben mit der glocke ein ein ganz andere ein system der der tageskonstruktion auftauchte und hier ist sozusagen so letzter rest nicht also hier leute wenn ich jetzt nicht leute dann kommen wir frauen holen euch also nicht und das dann als die lumpenburke da für den tagesabschluss sorgt also ich finde das ist so in der in der industrialisierung warum die glocke da eine eine vorreiter rolle hat zur werksirene oder was nein gar nicht sondern interessanterweise wenn du zum beispiel irgendwelche teile produziert wie schrauben oder ist eigentlich scheißegal was ist das auch in der wirtschaft so dann gibt es eine sogenannte gaussche normalverteilung ja die gibt es in der schule auch und was und was ist die grundlage der eine glocke die glockenkurve ja die glockenkurve ist eben schon bezeichnen also du kannst sehr vieles in der industrie und im leben im hand im zusammenhang mit der normalverteilung betrachten und wenn du dann die normalverteilung siehst hat sie immer die form einer glocke einer sinuskurve es ist der sinuskurve angelehnt aber schon noch eine leichte abweichung also es hat schon mehr von der glocke als von der sinuskurve und jetzt muss ich noch mal kurz noch mal nachfragen das ist ja für mich alles ganz neu das heißt ich habe nicht mehr so viel modus hier ich muss gleich mal ich habe nur noch zehn prozent batterie laden na gut okay das heißt grundsätzlich aber wenn eine kirchenglocke tönt dann heißt es immer geläut ist das richtig wenn sie ein wenn sie tönt wenn sie läutet wenn sie sich bewegt wenn sie den doppler effekt von sich gibt also du hörst ja lauter und leiser ja dann tönt sie ja und das nennt man geläut das nennt man geläut ja dankeschön doppler effekt heißt das noch ja das muss man in welcher gemeinde wohnst du bürger in herrliberg herrliberg nein natürlich da bin ich gerade dran wo denn wo bist du denn an der reformierten kirche tal tal wiel nein tal die heißt so eure reformierte kirche in herrliberg heißt kirche tal ist das die unten am ja genau bist du bist hier und sagst nicht bescheid hallo ich habe einen auftrag dort ich war zuletzt dort im letzten herbst irgendwann im september meinte ich ja aber kommst du wieder ja wenn ich doch weiß dass du da bist dann kann ich auch einen kaffee vorbeikommen ja in jedem fall immer herzlich willkommen ja oder ihr macht da mal so citizen science machen mit der bürger da ja vielleicht vielleicht hört die bürger ja gern wagner ich weiß das formular ausfüllen ja das kann ich mich auch ein hören doch ja ich bin ich glaube ich ich bin nicht so die musikalische größe also ich kann das so schlecht differenzieren so akustisch so so aber also die aufgeschlossen die zürcher oper das opernhaus zürich ja das hat ein komplettes glockenequipment von uns damit sie eigentlich das war so dieses bedürfnis des opernhauses dass sie eigentlich in ihren opern mit originalgetreuen glocken spielen können und dass sie nicht irgendwie auf irgendwie plattenglocken oder ersatzglocken in dem sinne von röhren oder platten zurückgreifen müssen sondern sie haben ein komplettes ensemble von röhrchen was sie ja jetzt kann ich kann ich allen erzählen du ich kenne denjenigen der die glocken dahin geliefert hat ja und eben das opernhaus zürich hat gerade wagen das ring neu aufgeregt möchte den bei wohnen das ist aber mir fehlen die begleiter ich muss immer allein dahin gehen ja sag bescheid und ja also zürich ist natürlich herrlich berg also da machen wir dieses jahr im übrigen eine sehr bedeutende arbeit weil da ist eine flickschusterei gemacht worden in den 50er jahren und da werden jetzt die glocken neu aufgehängt ja ich bin da ich bin da manchmal ein bisschen irritiert weil es gibt ja eine katholische kirche nee aber wirklich an der evangelischen die da genau ist die große alte genau ja es gibt aber so eine auf halber strecke dann noch so eine kleinere die hat aber auch ein ganz schönes geläut und manchmal bin ich irritiert und da muss ich wirklich gut wie oben gibt es auch noch ein kleines ganz schön ja ja in hombrechtikon gibt es auch noch ein sehr schönes kleines um brechtikon die evangelische kirche also die alte kirche wenn du die meinst ja das geläute ist auch bei mir ja ja ich bin ja ganz beeindruckt der sankt peter in zürich also der sankt peter in zürich hat ja neuen klang der ziemlich durchgreifend ist aber der ist ziemlich gut solltest du dir mal anhören ja dann schreibt man schnell die telefone auf den unterarm gehen ja die meriane kreuzen die sich ja extrem und wenn du gerne einen turm von innen sehen möchtest ich lade dich gerne ein oh ja ich war bisher nur in dem großmünster turm da kann man ja so offiziell rein und da hoch kraxeln aber dann sieht man aber nur auf der seite wo keine glocken sind genau man kann mit video bitte ja ja auf jeden fall ja in jedem fall oh ja da kann ich denn also doch video ja gegenüber von der zunft der meisen und überhaupt wo es gibt ja gegenüber das des frauenmünsters gibt es ja das zunfthaus zum meisen und da habe ich früher sehr gerne gespeist ja und da gibt es aber noch ein anderes schönes gasthaus das august 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 ist so eine art metzgerei und die haben also die zürich also die schweizer sind ja nicht aus meiner sicht nicht bekannt für gute bratwurst aber im august gibt es einen bratwurst spieß der so lecker ist dass ich sagen muss das ist also ein grund den michelin stand zu vergeben so exquisit also ein bratwurst spieß gut für 50 euro und bratwurst spieß anzubieten ist auch eine frechheit aber er schmeckt sehr gut sehr gut aber in der schweiz sind 50 euro ja auch irgendwie inflationär die ganze welt ich will nicht erzählen über meine kulinarischen erlebnisse in zürich also lieber ich habe ich habe mal einen tomaten salat also meinem geldbeutel entsprechend bestellt nicht und habe also sollte mit anchovies sein und so es waren aber dann sardellen die also auf genau vier abgezählte tomaten scheiben gelegt man mit etwas essig also das war dann dieser salat und die das war war ich meine ich habe dadurch einfach nur erlebt wie wie der den preisunterschied zwischen meiner welt und der schweizerischer welt schweizerischen welt war ich muss sagen als das dann so mein bleiches gesicht so um sich strahlte da ist mir das abgenommen worden es war also ich meine ich sag's nicht also es war auf jeden fall ich habe dann ja auch im im bahnhof unten habe ich dann einmal ein ein kleines menü gekriegt und das war es für mich total wenn ich in deutschland chips bestelle eine kriege auf auf der karte steht chips dann kommen pommes was da kam das haben aus der tüte geschüttete also irgendwie so schimpfisch ja ich meine das ist so was man zweifel chips ohne frage das war ein zweifel zweifel die firma zweifel ist hier so erhaben aber mir schmecken die gar nicht nicht auf der anderen seite es gibt auch keine guten chips hersteller einmal das war man konnte so eine tüte als war so richtig aus der tüte also ich meine so dass also da ich glaube man kann mit dem entsprechenden fort man in der schweiz bestimmt super essen ich glaube das und ich glaube auch es gibt orte wo es dann eben auch für mich aber das war jetzt wirklich nicht der fall die andere variante ist du besuchst mich denn ich bin auch das grillen sehr mächtig ich bin mir ziemlich sicher dass du mein secreto vom iberico sehr lieben wirst ja denn ich glaube das ist besser als so manches so in das weg ja so sage ich das auch für meine rouladen machen wir trialog da oder was andreas ja also das wäre also ich meine da muss dann auch erstmal hinkommen aber ja das wäre schon auch das ist ja nicht so schwer ja also in die schweiz zu kommen ist nicht so schwer ist nicht so schwer und ich kann dich auch ich sag mal zumindest betten also das kriege ich auch hin dass du auch noch ein paar leute mitbringen hier du kommst da hinten und ich bin die gut plätze ach ja genau also das wäre auch die situation noch mal für mit mich da hilft nicht auch wir haben auch einiges immer so in unseren fantasien was man so logisch machen könnte ihr wart noch nie zusammen nein also ich habe mich ja jetzt zweimal getroffen einmal in köln und einmal in oder in hulda hat ne du warst nicht in marburg ne ne nein ok nur intro ja das gereicht dass ich köln was auch nicht getroffen habe im musikladen das hat mein ganzes leben geprägt ja also das muss ich jetzt unbedingt erzählen damit den einstieg für eine weitere folge haben ja nicht um glocken geht sondern also ich kann ja sagen es ging gar nicht um glocken sondern es ging darum dass ich nach einem schlagzeuger gesucht habe und zu dem zeitpunkt also ich war immer schon sehr technik auf ihn habe ich ihm die nase lang machen können dass ich den derzeit schnellsten pension prozessor in meinem computer eingebaut hatte und damit konnte ich ihn habe ich ihn erwischt nase lang gemacht habe ich immer mit rechenleistung konnte ich ihn ja ein heim nehmen und da ist aber irgendwo muss ja so ein reiz gewesen sein ihr wart also jetzt zufällig zusammen in einem plattenladen es war ein musikgeschäft im musikgeschäft noch da gearbeitet und hat dann in diesem musikgeschäft ein teilgeschäft eröffnet für elektronische musik für computer 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 und musikprogramme das war eigentlich ja also hat im nebenraum einen eigenen laden eröffnet für seinen spezialbereich und dann haben wir angefangen in seinem spezialbereich homerecording zu betreiben und dass er sich rechnen wir haben angefangen zu produzieren und darüber ist er ganz einfach aufgrund gekommen echt ja auch gut deutsch gesagt und dann haben wir uns dann entsprechende räume gesucht wo wir entsprechend arbeiten konnten und ich habe dafür gesorgt dass er eine zeitlang zumindestens arbeit hatte die er über mich abrechnen konnte in einem luxemburger einkaufszentrum und auch schon hat er dann gearbeitet und hat dann eine zeitlang zumindestens sohn generiert während wir unser eigenes studio in wittburg aufgebaut haben in dem wir dann produktionen gefahren haben die heute noch legendär sind in dem wir fraktus begründet haben eine der vielen fraktus wurzeln ja ja zahnwurzeln die öfter auch mal entzündet sind auf der tür vom eingang stand ich bringe dich ganz groß raus komm auf die übersetzungen rein ich bin ja genau naja gut das normal regolex das war schon auch schon sohn also das war eigentlich eine zeit wo ich sagen muss das war mit als das wo ich heute von mir sage das war die schönste zeit in meiner alumeszenz aber bankrott gegangen bin nicht mit dem laden nicht ich habe den einfach nur dann abgewickelt waren abgewickelt lassen aufgegeben ja ja da habe ich halt geld verbrannt habe ich mein eigenes geld verbrannt dafür hast du wer von strahken kennen und was weiß ich feiser wir haben noch so ein rapper mit denen aber den aber auch damals erkennen gelernt christian hat der wollte ihn auch ganz groß raus bringen nein du und der hat so ein video gemacht hat er gesagt er braucht follower 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 auch jetzt follower leute ja das beste beste video war sie wohl ja aber das ja ja da lass uns lieber über günter lierschhoff her ziehen ist der kunst kunstkritiker aus österreich der auch in hamburg mit hamburg gewisse berührung hatte sagt mir doch jetzt mal wer es denn vera von strahken oder schwerer strahken sagt mir gar nicht du stellst die alles entscheidende frage wer ist vera von strahken das war ich hat er sich gefreut dass er mit mir ein chat aufgebaut hat und da hat er so getan als ob er eine geile schnalle wäre und dann hat er voll verarscht und ich wollte mich mit der sogar treffen das war witzig da habe ich gemerkt im internet weiß keiner dass du ein hund bist aber es war schon sehr früh mit gearbeitet also das war auch eben eine anfang an den fraktors kurz aber ich habe jetzt mal schnell geguckt also wer hat von strahken hat sogar ein youtube kanal und facebook account und die ist auch bei sich den eigenen leben entwickelt ja aber bei linkedin ist sie nur noch wäre strahken nicht von strahken das ist eine andere also auf den namen kam ich nur weil ich irgendwann mal mit der steißbein ist er mit dem prinz harry da der machte auch jetzt seine memoiren oder was das ist doch gut wenn du mit der familie geld verdienen kannst ja und genau genommen kennt diese familie kein menschen also das ist eben sehr interessant wenn du fragst woher kommt das haus winzor woher kommt das haus winzor wer weiß das hallofa nein das war kurburg vorher ne sachsen kurburg und 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 ich war die das hieß vorher auch anders sie wollten das abkoppeln von diesem deutschen deswegen haben sie es winzer genannt von dieser deutschen dynastie genau es hieß sachsen kurburg gota 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 genau sachsen kurburg gota ganz ganz genau ich kann mich mit diesem königshause nicht so aus ich weiß nur dass es südsch war aber diese victoria kam doch auch aus diesem haus sachsen oder die hat die albert verheiratet umgekehrt victoria war noch aus dem hause hannover von den wölfen von den wölfen nicht von den braunschweigern von den wölfen genau die waren auch storytelling oder was nein es ist dann so gewesen dass die nachfahren die nach erbin von victoria eben keine mehr war rein aus hannover sondern sachsen kurburg gota und dann hat man sich geeinigt dass die stamm mutter der englischen monarchie auch sophie von der pfalz zurückreichen muss dass das merkmal ist das sind bestimmt so hochradel geschichten da kenne ich mich überhaupt nicht aus das habe ich alles total verdrängt das ist ja auch gar nicht mehr wichtig weil eben durch den act of settlement wurde dann festgeschrieben dass es eben nicht egal ist welcher konfession der britische herrscher angehört sondern dass der britische herrscher um seinen thron anspruch durchzusetzen eben wie minimum protestant sein muss nein er muss der englischen klinge sein er muss protestant sein das sagte act of settlement und dass er zum anderen seine herkunft auf sophie von der pfalz begründen muss ansonsten hättest du nämlich die thron prätendenten des hauses mittelsbach die die nachfolge der jakobiten sind also der stuart auf dem britischen thron das ist der grund warum das immer noch getrennt wird weil stuart ein katholisches haus ist und die mittelsbacher sind die legitimen nachfolger und die wären dann mehr oder weniger dran und da man das verhindern wollte hat man ein act of settlement erlassen also man hat im prinzip die katholische thron folge aus der britischen monarchie komplett verband genau deswegen ist das wahrscheinlich auch so stabil ich meine das ist ja die einzige monarchie die wirklich so weltweit welt umspannend immer noch da so wie daraus davon profitiert ja auch jetzt dieser harry und dieser meggen oder die haus kaputt in gewisser weise haut ist er kaputt total gut beerdigung das können die total gut ich habe das letztes mal gesehen der profitierter geschickt davon was man sagen muss dass die britische geschichte also die geschichte der des vereinigten königreiches die geht ja zurück auf einen könig der um 850 gelebt hat um alfred den großen ist verwurschtelt worden in einer wunderschönen serie auf netflix in the last kingdom ja das ist jetzt die quellenkunde das ist utred von bebanburg zwar nie gab aber dass es alfred gab der eigentlich in grundstein legte die königreiche britanniens zu vereinigen aber zwei generationen später war das königreich also bei merlin bin ich ausgestiegen also bei merlin bin ich ausgestiegen also merlin ist ja noch römer zeit gewesen das war ja eher so artorius castus das war hatrian's wall die zeit wo man die diese die die als die römer aus britannien und den im prinzip den wilden norden die pikten das waren ja im prinzip die vorferden der schotten im prinzip vernachlässigt hat also dass man gesagt hat beginnt er weg wir können das nicht mehr halten das war der untergang des römischen reiches da gab es in trier übrigens eine sehr schöne ausstellung bis letztes jahr die das dokumentiert hat wie das römische reich zugrunde ging und die eben die gingen ja bis britannien und ihre beweggründe gingen bis hatrian's wall und darauf hingehend die kultur des englischen leutens mit dem change ringing deswegen also ich finde großbritannien sehr interessant auch leute technisch sehr interessant weil leute an leute technisch von den glatten ja 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 ich habe also spezial wissen ist eben auch immer sehr sehr expansionsfähig genau ja auf jeden fall aber ist von der historie von der monarchie her betrachtet ist england interessanter als der europäische kontinent also da waren wir irgendwie alle irgendwie sehr langweilig was england gehört also europa also ich meine das harentum in russland also ich meine jetzt wirklich also jetzt kann man sich mal sagen alle die wunder alle die wunder es gibt doch nichts schöneres als hier ein diskurs aufzuwerfen hier kommen die chauvinisten aber wenn man dann man nehme nur die niederlande also die niederlande oder auch dänemark also was für ein wunderbares königshaus oder die schweden also auch mein gott mein gott norwegen also langweilig ja im augenblick wollen sie ja den hermann der kreuska jetzt sind da mehr so richtung osnabrück verpflanzen nicht weil dann wird er dann sozusagen richtig stehen also ich habe sehr viel zeit übrigens in detmold verbracht ja genau da war ich auch ganz was hast du mit dem dem armen detmold zu tun detmold hatte ich eine sehr sehr gute freundin die da geboren ist und auch recht früh aus dem elternhaus ausbrach wir sind heute immer noch befreundet sie wohnen heute aber in dortmund nicht mehr in detmold leider und ich habe damals diese gegend sehr oft besucht auch aus beruflicher sicht eben zum beispiel wenn ich in bielefeld war dann habe ich dann oft eben in detmold einfach übernachtet okay ich besuche dann meine freundin da und habe dann natürlich sehr viel zeit in der stadt verbracht und dann habe ich so eine innere verbindung aufgebaut zu detmold zu dieser gegend auch östlich davon richtung höxter und bin dann irgendwann gelandet in elbringsen da gibt es so ein ganz schönes hotel der landhof den lippischen hoch und irgendwann ist elbringsen dann auch um die schlagzeilen geraten in den letzten fünf jahren bedingt durch missbrauchsfälle auf einem campingplatz ich noch daran erinnert da war der nrw-innenminister ziemlich unter unter druck es war elbringsen das ist ein ganz unbedeutendes nächst mitten im teuteburger wald man sagen muss okay eigentlich kennt das kein mensch aber durch diesen missbrauchsfall kennt es dann plötzlich jeder es ist sehr schön das ist sehr ruhig da deswegen war das auch kein wunder dass es da so gut funktioniert aber normalerweise erst mal also man verirrt sich nur dahin wenn man beruflich aus irgendwelchen gründen da vorbeikommt und mir kommt jetzt auf detmold detmold weil wir über geschichte reden was war da mit der geschichte dass der teuteburger wald die schlacht im teuteburger wald hermann der scherusker hermann steht da oben ich war da mindestens zehnmal ja ja das ist aber das ist aber historisch und faktisch ist das nicht korrekt das muss umgesetzt werden nämlich hinter dem teuteburger wald ans wien gebirge nämlich dort hat die warungsschlacht stattgefunden wir sollten einen antrag stellen wir müssten einen antrag stellen aber die gegend ist schön und es hat viel wald es gibt auch noch irgendwie dieses dann gibt es doch auch in bad oehnhausen oder wo dann gibt es noch nicht so ein wilhelm den hat man auch irgendwie aufgestellt der gußte da auch noch mal der ist was du meinst ist das kaiserdenkmal ah ja das kaiserdenkmal und da gab es eben auch unten drunter ein hotel das war ich glaube der hieß sogar wilhelmshof und ich habe in diesem hotel das war das hotel in dem der kaiser sein festbankett zur eröffnung dieses denkmal abgibt also wilhelm der zweite hat in diesem hotel genächtigt einmal also das denkmal ein wie in porta westfalica auch genau porta westfalica ja ja ganz genau wenn wir mit meinem vater da vorbeifahren hat ich habe in diesen räumen gemächtigt als ich mit einem sehr lieben arbeitskollegen mit dem ich immer noch bin genächtigt habe als wir im mindener dom gearbeitet haben das übrigens auch ein geläut das meine ehemalige firma gegossen hatte und dieser kaiser hoch so hieß kaiser hoch so ist er und der kaiser hoch eins weiß ich jetzt genau wenn ich doch mal durch deutschland fahren höre eben eine kirchengörige klingeln nehme ich die sofort auf und schicke sie dir ja also ich kann dir sagen der kaiser hoch war ein hotel in dem ich genächtigt habe und es ist anfang der zweitausender jahre durch brand zerstört worden und ich habe das mal recherchiert weil ich dann ich habe immer so orte die mich mal inspiriert haben und die mich beeindruckt haben im nachhinein wieder aufgesucht und verschiedene orte existieren einfach nicht mehr wo ich gesehen habe okay es ist doch so viel zeit vergangen mittlerweile dass es diese einzelnen orte nicht mehr gibt also man kann da nicht mehr hin andere orte gibt es noch und die habe ich dann mal wieder besucht zum beispiel 2016 war ein jahr in dem ich in meinen ferien nur orte besucht habe denen ich früher während meiner arbeit sehr glücklich war und die mich inspiriert haben und die mich geprägt war was ist denn hier mit kuhglocken verkaufen die sind gesundheitlich bedenklich das ist ganz schlimm bei den kühn das hat die die uni festgestellt das habe ich echt schon vor ganz langer zeit mal gelesen in der zeitung das ist wirklich gesundheitlich aber den bernern sagen denn die bauen die glocken nach wie vor die interessieren sich da nicht und sie werden nach wie vor sehr gefragt und ich weiß du braucht man ja auch zu diesem allem auf und abtrieb und so aber trotzdem es gibt sehr viele privat leute die solche glocken kaufen für sich selbst und auch selber gießen wollen mit eigenen inschriften denn die herstellung von kuhglocken hat nichts rein gar nichts mit der herstellung von kirchenglocken zu tun das wolltest du noch mal betonen diese diese differenz zwischen den kirchenglocken und den kuhglocken ja ja das verstehe ich aber es ist gesundheitlich sehr bedenkt nein das ist nur in den dargestellten teilbereichen so schweizer kuhglocken also das ist unten rechts ist so ein bildgrad drin die werden im sandguss verformen also wie im englischen eigentlich mit dem ich muss auch mal eben die werden im sandguss verfahren hergestellt das ist ihr stückwahrer ich weiß nicht so richtig also es hat souvenir charakter und so gehen die leute auch dahin machen ihre eigenen inschriften und sind dann glücklich und das hat eigentlich mit glockenguss nichts am hut die die kleinen namen kleinen die kühe und so die leiden das ist ein guter das weiß ich nicht ich habe noch keine gesprochen außer dass sie immer gut geschmeckt haben also in der regel hat der der kuh züchtet immer im blick dass sie entweder milch liefert oder dann irgendwann fleisch liefert und anderer gedanke steht da eigentlich nicht dahinter das sind keine haustiere nutztiere ich weiß ich nehme leute auch jetzt schon so ein kleines schweinchen mit ins haus und haben das als haustier wird kommt dem messer noch so kleines gäbchen dazu man weiß es nicht also das schaf ich bin ja sehr 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 interessiert am schaf an sich ich finde kein mensch interessiert sich mehr für das schaf das ist ja wirklich wichtiges wichtiges und es schmeckt aber auch ich könnte es nie essen also es geht ja nicht nur um das essen wo bin ich denn hier gelandet was ist das für eine sehr reduzierte sichtweise auf die nutztierhaltung also das finde ich jetzt wirklich echt äußerst bedenkt also wenn ich gerne lammwolle produziere dann muss ich mir zu eigen machen ein lamm zu halten und es zu scheren und dann habe ich mit mit vernichtung und mit essen gar nichts am gut also mir schmecken schafe nicht wegen mir dezidieren sie sich nie denn ich verlange nicht nach schafleisch und ich frage nicht nach schafleisch also muss man deswegen mir nicht produzieren warte mal was denn ja das ist dann hier die glocke für den kleinen mann könnte man auch so sagen die grund die kleine glocke für den kleinen mann das finde ich ein bisschen klischee artig aber weißt du was ich gerade lese das lager im kaiserhof in barkhausen das war ein konzentrationslager nein doch nein das war das kz außenlager von neuen gamme an der porta westfalica da waren ab 1904 bis zu 1500 hässlinge aus 17 nationen inhaftiert auf engstem raum ich war also der kaiserhof ist nicht der gleiche ort ich war zum beispiel in mauthausen im letzten herbst sagte der den namen ja da war ich auch schon und in ravensburg war ich auch schon kann was aber in was erinnerst du dich wenn du an mauthausen denkst ja ganz ähnlich du weißt es nicht konzentrationslager denkst du an einen steinbruch nein an einen hügel ja das kz stand auf einem hügel und drunter war ein steinbruch und zu diesem steinbruch führte eine ellenlange stiege hinab bekannt als todesstiege und in mauthausen das war ein wesentlich härteres kz als aus schweiz weil noch härter regeln geherrscht haben sie waren also wirklich absolut pervers im umgang mit den menschen es gab verschiedene orte also wenn jetzt zum beispiel sie ist hinzerpöhlert ist heute auch noch ein gedächtnis ort weil es in der form von kz war aber dort fand keine menschen vernichtung man muss sich dem stellen das ist schon klar und ich denke immer immer in mauthausen gewesen ist und man hat mauthausen auch gegriffen dann hat man auch die form der perversität das ist einfach im maßstab größer gewesen aber in der form doch im prinzip auch schon wieder anders also die anwendung der gewalt war in ausschließend globaler als jetzt in mauthausen da war es dann sehr sehr pervers und sehr speziell und sehr menschen beachtend und vor allen dingen es war ja auch es gab neben mauthausen auch noch zweiglager wie die musik hieß das noch mal musen 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 wo wie hieß das nebendran war noch so ein perverses lager aber mauthausen ist recht gut erhalten und ich denke wenn man das dagegen wehren will und auch gegen diese zeit sein will also ich glaube ich glaube ich finde ich aber die 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 schwierigkeit finde ich oder deswegen wenn ich so werde ich so ein bisschen so finde ich diese vergleichbarkeit also ich kann ja nicht dachau mit mauthausen mit auschwitz doch man kann es vergleichen weil unterschiedliche regeln geherrscht haben mit ravensburg oder mit in dachau zum beispiel sind nie frauen gewesen nie dafür sind in ravensburg extrem viele frauen gewesen also das ist ja aber die frage ist wo waren du kannst ja auch noch in den norden gehen bergen belsen wie sie alle heißen also das ist wirklich es ist ich finde die die vergleichbarkeit das finde ich schwierig das finde ich wirklich ich würde mal sagen die heftige haben sicherlich unterschieden ja wo hast du die größeren chancen wo hörst du das schlimmste und so dass es dann da wo du hinkamst also ich meine jetzt ich meine das kennt auch jeder die geschichte von buchenwald oder dieser hexe von buchenwald dieser irgendwie frau von irgendeinem ich weiß nicht wie die hieß sie heißt hexe von buchenwald hiefer es offizier sich da aus menschlicher haut hat lampenschirme produzieren lassen und ganz ganz also unwahrscheinlich pervertierte dinge bis dahin gehend dass sie sich aus dem aus der haut pergament hat machen lassen und und ich weiß jetzt nicht irgendwie weil also ich mache das nicht im detail wirklich ausführen ich weiß nicht ob ich das nicht auch unwahrscheinlich schrecklich finde ja unwahrscheinlich pervers ist es ja auch absolut von daher finde ich habe ich habe es ja so eine schwierigkeit mit zu sagen dass es so da wie so eine pyramide oder kaskade das ist ganz oben und das ist nicht ganz so schlimm oder so ich finde das alles auf einer gewissen ebene einfach schlimm und es gab es nicht ohne grund im letzten jahrhundert dass man gesagt hat man könnte nach diesen ereignissen keine poesie mehr schreiben und kein gedicht mehr verfassen also es ist das also also man hat gedichte geschrieben ja natürlich ist ja klar es geht ja weiter es geht ja weiter ein gespräch über bäume wäre nicht mehr möglich und jetzt ist ja gut das gespräch über bäume ist jetzt essenziell aber das ist ja nur dass das das gelaber von den dichtern und so aber ich finde diese dass das man also gewichten kann wo kommt wo ist wer hingekommen und so weiter warum hat wer überlebt und sowas alles das finde ich hat ja überhaupt nichts mit hat ja überhaupt nichts mit der rechtfertigung zu tun das ist ja alles nicht zu rechtfertigen ich glaube nein also ich glaube das ist ein zu hoher anspruch ein bogen finden für einen konsens diese zeit liebe birgit ja okay während der dieses recht herrschte ja zumindest eines zu eigen denn in dieser zeit haben eigentlich nicht mehr viele glocken oder wahrscheinlich keine glocken geläutet man hat sie abgenommen denn in kriegszeiten leuten keine glocken denn wo glocken leuten da herrscht friede deswegen heißt es auch friede bedeutet also freude wie der stadt bedeutet friede sei ihr erst geläute da wo glocken leuten herrscht frieden da herrscht nicht die misskunst da herrscht auch nicht vernichtet das finde ich jetzt wirklich einen schönen bogen also da kann ich ganz d'accord gehen wunderbar gerettet gerettet also wo man wo man sinkt da da lass dich ruhig nieder arme leute haben also von daher also der schmerz muss 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 ja aber dazu kommt auch noch also das ist jetzt hier ganz schön irgendwie der bogen entstanden ich könnte den bogen jetzt auch noch mal so eine andere richtung werfen also wieviel wurde auch schon im namen dieses glocken geläut wahrscheinlich wurden diese glocken auch bis nach afrika und wer weiß wo gekarrt und im namen der der weiß ich nicht bekehrung mission und wie man das auch immer nennt ist da vielleicht auch einiges unheilvolles entstanden also man hat bestimmt mit amerika geschleppt die glocken man hat sie mit amerika geschleppt und so weiter aber wenn man auch wandern stopp 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 ja ich wollte mal sagen wir machen jetzt feierabend genau also ich kann dir so viel sagen die kolonialisierung der glockengießer nein ging nicht anheim mit dem glockenguss in der neuzeit sehr oft anheim dass man kirchen in notstandsgebieten die in afrika gebaut hat zum sinne der versorgung und im nachhinein also es gab sehr viele auch schweizer architekten die in afrika arbeiten und dort entsprechende klöster bauen kirchen bauen glocken anfordern aus ihrer heimat und technik aus der heimat um sicherzustellen dass es hilfe gibt und ihr selber als firma waren da auch beteiligt den wir ganz oft nach afrika glocken liefern und auch personal entsenden um das zu installieren dass es funktioniert weil in der regel klappt das nicht nach plänen wir sagen können jawohl also aktive hilfe zur selbsthilfe findet nach wie vor statt und es ist auch eine aufgabe des glockengusses insofern so weit vorzustoßen in den schwarzen kontinent in dem armut herrscht um jedem verbraucht hilfe zu bringen ja wir tun das und wir leisten anteil daran und sind auch anteil daran dass hilfe zur selbsthilfe zu den menschen kommt das kommt darauf an das aufgeklärten jetzt gehen wir im bett meine güte vielen dank was waren denn was waren denn da die abschiedsworte von schillers glocke freude dieser stadt bedeuten friede sei erst geläute das steht so glaube ich zum ende des gewichts und außer dass er davor noch schreibt dass der name der glocke concordia sei die gegossen wurde ja aber ich stehe euch gerne wieder zur verfügung doch warte mal das war ja aber ich lese das an die kirchenglocke von uren da müssen wir unbedingt hin das ist ja auch ganz spannend also das ist so ein thema eingetaucht das ist ja wirklich abendfüllen das ist ja spannender als jede netflix serie ja ja wir haben einzeln grillen zu uns in der firma ja ja aber ich wollte sagen natürlich bist du ja auch eingeladen zu kunst talks zu kommen wo es um etwas anderes geht ich glaube dass es spannend sein wird dich sozusagen solange wir keine alte dreckige wäsche waschen müssen also deine unterhosen wie deine wäsche ist jetzt immer noch dreckig sind ja auch gewalt die kirchglocken nach ort nach größe nach datum nach jahreszeit also ich bin ja ich bin ja total überwältigt so wollte man gehabt doch ich habe ja noch mal hunger gekriegt haben ja kneckebrot geholt ja ja mit schweizer käse macht gut nach ihr lieben es war schön mit euch ist